Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 439. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Frau Alex. Hallo. Und der Duke. Ja, servus. Man muss ja hier diesen Spitznamen pflegen. Ah ne, Künstlername ist es ja nicht Spitznamen. Ich glaube, letzte Woche hast du mich fälschlicherweise Dennis genannt. Ja, ein bisschen Abwechslung. Fälschlicherweise. Fälschlicherweise. Gut, dass du das auch anmahnst. So kann es ja nicht gehen. Also es ist jetzt hier. Ich gelobe Besserung für die Zukunft, dass ich das dann nicht mehr tue und dich im falschen Namen benenne. Beim richtigen Namen benennen wollen wir natürlich die Menschen, die wir hier exemplarisch wieder rausgenommen haben, warum die uns hier so wunderbar unterstützen. Und zwar diese Woche die Tina und den Marco, die neben all den regulären Unterstützerinnen und Unterstützern hier am Start sind, haben die beiden uns in der vergangenen Woche noch mit so einer kleinen Sonderunterstützung, ja, sind uns entgegengekommen. Keine Ahnung, mir fliegt kein Fünftiger, sagt der sonst. Ihr wisst, was ich meine. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Und ja, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann guckt ihr mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite. Da findet ihr Kontodaten, Paypal etc. Und ansonsten, ja, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns bei Twitter empfehlt, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und vielleicht hört ihr Alex dann auch irgendwann auf, ganz tief ins Mikro zu haben. Ich habe schon gedacht, wir sind aus der Nordsee zugeschaltet. Ja, aus dem Oclo-Oclo-Club. Ja, in Folge 450 kann man so Sachen eigentlich auch mal gelernt haben, ne? Es ist erst Folge 439, aber 450, wissen wir schon mal, ist Frau Alex auf jeden Fall wieder mit dabei. Also müsst ihr nur noch elf Folgen ab dem Ende dieser Folge warten, bis ihr Alex wiederhört. Und hat uns dahin gelernt, sich professioneller Mikrofon zu verhalten. Genau. Und viel näher ans Mikrofon zu kommen, denn man hört dich kaum. Das ist heute wirklich, weiß ich was zu brauchen. Die Zeit war auch heute anstrengend. Ich soll nicht atmen, aber das Mikrofon ganz dicht am Mund halten, Junge, Junge. Ja, genau. Jetzt hast du es ja verstanden. Jetzt musst du das nur noch machen. Hervorragend. Ja, wie sehr hat denn die Eintracht am Wochenende verstanden, dass sie Fußball spielen sollte, Marvin? Gar nicht. Was die Eintracht da gemacht hat, ist, nein, das war kein Fußball. Also ich meine, ja, also zumindest kein Profifußball. Das war halt so ein Kick, es geht halt nichts mehr, 33. Spieltag, kannst eh nichts mehr erreichen. Dann brauchst du es auch halt gar nicht mehr probieren. So hat sich das angefühlt. Das war ein desaströs, lustloser Kick, zumindest von einer Mannschaft. Das war leider die Eintracht. Ja. Sebastian Rohde hat im Nachhinein gesagt, wenn du merkst, dass die Mannschaft, die eigentlich schon abgestiegen ist, den Sieg irgendwie mehr will, als die Mannschaft, die hier noch um die Champions League spielt, dann läuft ja ein bisschen was sehr falsch. Ich glaube, damit hat er sehr viele wahre Worte von sich gegeben, oder Alex? Ja, auf jeden Fall. Also endlich mal einer mit Eiern, ne? Der einfach mal auch die Sache auf den Punkt bringt und ausspricht, wie es ist und nicht anfängt mit, ja Leute, was wollt ihr denn, ist Platz 5? Also, was habt ihr denn auf einmal im Umfeld für Erwartungen? Das ist ja ganz krass hier in Frankfurt. Mann, ey. Also, kann ich überhaupt nicht verstehen. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass die Erwartung, dass ich die Erwartung geschürt habe, sondern ich habe sie ja geschürt bekommen. Also, ich meine, Hütter sagt ja selber, ach ja, wir haben uns damals vorgenommen im Februar oder so, wir wollen in die Champions League und so und haben das Ziel ja dann auch kommuniziert, ja, dann verhaltet euch doch auch so. Und zwar bis zum Schluss. Ja, das sind so Sachen, also es macht mich halt alles wahnsinnig wütend, was, mich macht es wütend, wie die Eintracht gespielt hat, aber noch mehr macht mich wütend, was alles drumherum gelaufen ist. Diese Hütter-Interviews, die sind von Mal zu Mal schlimmer geworden. Das ist alles gar nicht mehr zum Aushalten. An mir liegt es nicht. Das ist mein neuer Lieblingssatz. Ich verwende den auch manchmal, aber dann eher in anderen Situationen, ja. Ja, aber guck mal, stell dir doch mal vor, auf der Arbeit, ne? Dein Team verkackt es hart. Und du stellst dich vor allen Leuten hin und sagst, ja, das war jetzt schlecht, aber an mir liegt es nicht. Du wärst doch, also dein Chef würde doch ein ernstes Wort mit dir reden und im Team hat doch auch keiner mehr Bock, mit dir irgendwie zusammenzuarbeiten. Mein Chef wird kein ernstes Wort mit mir reden, der wird die Tür zumachen und wird sagen, ich lasse euch hier mal fünf Minuten alleine. Dann kannst du froh sein, wenn du da halt aufrecht wieder rauskommst. Ja. Also in jeder C-Jugend oder in jeder Jugendmannschaft wirst du dafür in der Kabine mit dem Schlappen verdroschen. Ja. Zurecht. Und ich glaube, das ist auch was, was den Rode gestört hat, weil der hat ja nach dem Spiel in dem Interview auch gesagt, also den Schuh, den muss die Mannschaft sich jetzt anziehen, die ganze Mannschaft und hat dann immer nachgeschoben und auch den Trainer. Und das war halt auch genau richtig. Ja, was mich an dieser ganzen Geschichte stört, ist ja so, dass ja anscheinend die Mannschaft am Anfang irgendwie kein Thema damit hatte. Also ich habe zumindestens ja nicht wahrgenommen, dass es aus der Mannschaft irgendwelche Signale gab, an dieser Situation irgendwas zu ändern. Habe ich gestern Abend, du meinst in der Situation mit Hütter? Ja. Ja, habe ich gestern Abend was gehört, was ich bislang noch nicht wusste, weiß ich nicht, ob euch das bekannt war. Aha, jetzt kommt die Heimspiel-Leaks. Oh, oh, oh. Okay. Da war zufällig der einbissende Marc von der Bild-Zeitung dabei. Let's get it on. Der selbstverständlich alle Insights hat. Ja, und der keine Quellen nennen darf, weil sowas die Bild-Zeitung ja nie macht. Ja, aber die Lea hat das schon gestern sehr geil gemacht, wer die Sendung geguckt hat. Ich habe die ein bisschen gefeiert. Ja, die hat das echt gut gemacht. Ja. Was der auf jeden Fall gesagt hat, war, und das war was, was ich auch nicht wusste, an dem Dienstag, als es der Mannschaft verkündigt wurde, hat kein normales Training mehr stattgefunden. Das heißt, du hast eine ganz normale Spieltagswoche, wo du dienstags deine Vorbereitung für dein Spiel am Wochenende machst und die Nachricht scheint die Mannschaft offensichtlich so umgehauen zu haben, dass kein normales Training mehr möglich war. Und wenn ich das doch weiß und dann, okay, die Mannschaft hat vielleicht dann nichts gesagt, aber von einem, wir haben ja immer gesagt, die Eintracht muss sich mehr professionalisieren und wir waren ja auch der Meinung, dass sie das getan hat. Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob wir nicht an der Stelle einfach sehr fest die Augen zugemacht haben. Weiß ich nicht. Ich erwarte. Aber es war ja keiner mehr da. Wer hätte es denn machen sollen? Von so einem Verein. Du hast ja immer noch zwei Leute im Vorstand, da sitzen. Die aber mit dem Sportlichen eigentlich erstmal nichts zu tun haben. Sehe ich aber genauso. Ich weiß nicht, ob Hellmann zu dem Zeitpunkt schon als Vorstandssprecher bestimmt war. Und du kannst dann nicht einfach als Finanzvorstand hergehen und reinhauen und sagen, ja, jetzt muss der Hütter hier mal weg. Nee, warte mal. Darum geht es mir auch gar nicht um das Reinhauen. Aber was du normalerweise in jeder vernünftigen Konstellation, in jeder Firma in so einem Fall machen würdest, ist diese Situation sehr genau beobachten, weil du immer davon ausgehen musst. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt zum ersten Mal in dieser Fußballlandschaft passiert, dass wenn ein Trainer geht, dass die Mannschaft danach einbricht. Also das ist ja etwas, wo du eigentlich fast immer von ausgehen kannst, dass du diese Situation sehr genau beobachtest. Und erst recht, wenn du diesen Indikator hast, dass die Mannschaft kein vernünftiges Training machen kann, weil sie von dieser Nachricht so geschockt sind, dann beobachte ich das doch. Also der Zeitpunkt wurde auf jeden Fall verpasst. Ja. Ja. Also ihr führt ja ein schönes Zweigespräch. Ich glaube, ich muss da nochmal ganz kurz einhaken. Ja, sehr gerne. Im Endeffekt ist es auch so, dass natürlich wurde der Zeitpunkt verpasst, aber im Nachhinein lässt sich es halt immer drüber reden. Ja. Ist es denn, hätte man den Trainer rauswerfen müssen, wir haben positive Erfahrungen gemacht mit Niko Kovac, wo wir es nicht gemacht haben, wo wir den Pokalsieg geholt haben. Es ist auch schwierig und mühselig darüber, wer das hätte, wenn und könnte zu sprechen. Was ich aber trotzdem problematisch finde, ist der Fakt, und das ist einfach so, dass du im Endeffekt, ich glaube, ich habe am Montag bei Fußball 2000 gesagt, dass zwei Lame Ducks da hattest. Du hattest sogar drei. Du hattest drei. Weil Hübner war klar, dass er zu Saisonende geht. Bobic hat sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und mit der war dann plötzlich auch nicht mehr bei der Eintracht geistig. Und das ist halt ein Problem. Du hast drei Lame Ducks gehabt. Ja, du hattest sogar vier, weil du ja auch durch diese Konstellation keinen im Vorstand hattest, bis zu dem Zeitpunkt, als Hellmann als Vorstandsbrecher tatsächlich festgelegt wurde, auch keinen hattest, der in irgendeiner Situation da overrulen kann. Ja, und das sind aber genau, das ist die eine Seite, die für mich sehr problematisch ist. Das heißt, wenn du mehr als zwei Lame, also du musst dir Gedanken machen, also eine Lame Ducks kann vielleicht noch funktionieren, wie es damals bei Kovac war, wenn niemand mehr wirklich einen Fokus auf dem sportlichen Geschehen hat, weil es jedem egal ist. Und wenn wir mal ganz fies sind, und das hatte ich ja Fußball 2000 schon erwähnt, wenn wir mal ganz fies sind, wenn wir es ganz negativ auslegen. Und ich weiß, bei solchen Aussagen fliegen mir immer die Dinger um die Ohren, aber es hatte weder in Bobic noch in Hüttern ernsthaft gesteigertes Interesse daran, dass die Eintracht in dieser Saison in die Champions League kommt, weil es die Ausgangslage für ihre Vereine in der nächsten Saison nämlich negativ beeinflusst. Das muss man sich irgendwo auch mal zumindest zu Gemüte führen und muss darüber nachdenken, weil es ist der Faktor so. Du kannst es nicht komplett rausrechnen, ne. Ja, weil eine Hertha, die hat mit der Eintracht jetzt weniger Konkurrenz, ja, weil die Eintracht halt nicht an diesen finanziellen Goldtopf herangereicht hat und auch ein Gladbach wird natürlich froh sein, dass der Eintracht den nicht enteilt ist. Also auch da gibt es ja dieses Interesse gar nicht zu sagen, okay, in den nächsten Jahren bin ich dann bei anderen Vereinen, da ist es schon okay, wenn der Eintracht nicht außerhalb der Reichweite ist. Also auch das muss man mitdenken. Ja, wobei dem natürlich entgegensteht, dass du sowohl mit Bobic als auch mit Hütter zwei Charaktere hast, die einen sehr genauen Karriereplan haben und in dieser Vita drinstehen zu haben, wir haben einen Verein über drei Jahre aufgebaut und ihn am Ende bis in die Champions League gebracht, ist halt auch nochmal eine andere Aussage als, naja, Platz 5 ist halt auch geil. Aber die brauchen die doch gar nicht. Die haben doch den Vertrag unterschrieben bereits. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war den komplett Bums. Denen ging es lediglich nur noch um ihr eigenes Ego. Dafür hätten sie gegebenenfalls die Champions League gerne gehabt. Wenn es nicht geht, ist aber auch Bums, weil Platz 5 mit der Eintracht safe, zwei Spieltage vor Schluss zu erreichen, ist ein mega geiles Ergebnis. Ja, ist richtig. Das ist genau das Ding. Das ist genau das Ding. Und sie hatten ja die Verträge schon. Aber, und auch nochmal, wenn wir nochmal ganz kurz zurück zum Spiel kommen, wir sehen das und wir kritisieren das. Natürlich gibt es vielleicht auch Argumente, die mir jetzt geliefert werden können, wo gesagt wird, nein, 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 macht ihr mal nicht die Gedanken, die werden schon Interesse haben. Kann sein, ich habe es nur leider nicht gesehen. Dummerweise habe ich aber auch von keinem der Spieler in den letzten beiden Spieltagen gemerkt, weder gegen Mainz, wo 80 Minuten dilettantischer Schwachsinsfußball gespielt wurde, der nichts damit zu tun hatte, dass die Eintracht auch von sich heraus, von den Spielern heraus wirklich in den Champions League kommen wollte und gegen Schalke habe ich das auch nicht gesehen. Da haben wir sogar mal geführt, weil es auch eine bessere Schülermannschaft war, die Schalke. Die sind gerade komplett im Umstrukturieren und so weiter und so fort. Und dann verlierst du dieses Ding. Das muss ich auch als Spieler mir echt an die eigene Nase fassen. Ich wollte gerade sagen, also das ist halt schon eine Demütigung hoch 10 für die Fans, aber auch für die Mannschaft. Also wir reden hier von Schalke, die abgestiegen sind schon zu diesem Zeitpunkt, die bis zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Siege in 32 Spieltagen geholt haben, die 82 Gegentore kassiert haben, davon 29 nach Standardsituation und von der lässt du dich am Ende 4 zu 3 abfiedeln, nachdem die irgendwann zwischenzeitlich 4 zu 2 geführt haben. Also das ist halt, mal davon abgesehen, dass die glaube ich, wie viele Spieler waren bei denen in Quarantäne? 16? Also die konnten ja froh sein, dass sie nicht zwischenzeitlich auch noch den Zeugwart irgendwie aufstellen mussten, um eine Mannschaft vollzukriegen. Ja, unglaublich. Also das ist demütigend und das ist es für die Eintracht nicht wert. Und mich hat das jetzt auch so abgefuckt, weil ich glaube auch, dass der ein oder andere Spieler mittlerweile auch mit seinen Gedanken nicht mehr bei dem Thema war, Champions League mit der Eintracht, sondern bei ganz vielen habe ich auch einfach das Gefühl, sie können eh Champions League spielen. Also egal, du kannst jetzt ein Name-Dropping machen, wie du es willst, fast jeder hat die Chance, mit irgendeinem Verein nächstes Jahr Champions League zu spielen. So, und da sind garantiert im Hintergrund schon Gespräche am Laufen. Sei es jetzt mit Kostic, sei es mit Ndika, sei es mit Kamada, sei es mit Silva. Jovic geht zurück zu Real, die ganzen Szenen, die sich um Younes abspielen. So, Hinteregger werden bei Gladbach schon gehandelt. Nimmt sogar der Eberl öffentlich die Namen in den Mund und sagt, oh ja, das sind auch Spieler, die mich hier interessieren. Also ganz ehrlich, ja. Da sind so viele Themen gerade, die ganz verquert laufen und da war überhaupt kein Fokus mehr auf irgendeinem Erreichen von irgendwas. Das würde ich maximal noch bei Trapp und bei Rode sehen, weil das glaube ich zwei der armen Schweine sind, die es safe ausbaden müssen. Aber beim Rest. Die dann aber auch in diesem Mannschaftsgefüge anscheinend nicht stark genug waren, um sich da irgendwie durchzusetzen. Also wenn man das mit der Kovac-Situation vergleicht, da hattest du halt auch immer noch Charaktere in der Mannschaft mit einem Boating, mit einem Rebic, die halt einfach dann den Rest der Mannschaft so weit motivieren und anstacheln und überzeugen konnten, dass du da halt dann aus dem Gefüge heraus dann noch so ein bisschen Antrieb hattest. Das hattest du ja jetzt in dem Fall auch nicht, sonst hätte man es ja geschafft, gegen Schalke eine bessere Leistung zu bringen. Ja, wobei ich auch glaube, dass... Wenn dein ganzes äußeres Umfeld wegbricht, also auch das wieder verglichen mit der Arbeit, wenn dein Teamleiter weg ist, dein Abteilungsleiter weg ist und der oberste Chef weg ist und drei der Jungs um dich rum schon sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will, da kannst du motiviert sein, ein bisschen die Haarspitzen, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Das ist korrekt, aber Marvin wollte noch was sagen. Naja, ich glaube tatsächlich, dass ich würde jetzt, ja, wir können jetzt in eine Einzelspielerkritik verfallen, das mache ich auch gedanklich ganz gern. Ich glaube, was dir Alex gesagt hat, kann man schon tatsächlich festhalten, dass viele auch in Verhandlungen mit anderen Vereinen sind, das wird so laufen und es wird halt genau der Gang sein. Ich wusste gar nicht, dass Eberl schon die Namen in den Mund genannt hat, aber von mir aus, ey, dann mach's halt. Es ist mir auch scheißegal, man muss sich das vielleicht auch wieder verdienen, bei der Eintracht überhaupt starten zu dürfen und ganz ehrlich, wir müssen ja nachher nochmal drüber reden, aber dass jetzt vielleicht auch dadurch, dass die Champions League verpasst wurde, es eine größere Durchmischung geben wird, dass wir einen kleinen Reset haben, dass wir uns neu ausrichten müssen, das ist eh klar, weil finanziell wird sich einiges neu verteilen, da wird vieles passieren und dann ist das vielleicht auch okay, dass diejenigen, die jetzt jahrelang mitgeschwommen sind bei der Eintracht und auch die mitgeprägt haben, aber vielleicht auch gehen und dementsprechend wieder neu reinkommen. Es ist leider so, aber ich finde, das kann ich einfach noch nicht stoppen, ich bin einfach noch ein bisschen sauer und es geht schon besser, weil ich jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen habe, aber ich bin halt immer noch relativ sauer darüber, dass die Eintracht diese einmalige Chance, beziehungsweise die Spieler und auch dementsprechend die Verantwortlichen, die, und da muss man halt auch leider sagen, das ist vielleicht genau dieser Punkt, ich meine, Bobic und Hütte haben uns nochmal, gerade Bobic hat uns nochmal auf ein neues Niveau gebracht, also wenn wir überlegen, dass wir von Bruchhagen, der Zeit der Stabilität, hin zum Pokalsieg mit Bobic gekommen sind, wir waren im Halbfinale, wir haben uns jetzt wieder für die Europa League qualifiziert, das heißt, die ganze Struktur wurde professionalisiert, aber der letzte Kern zur wirklichen Geilheit, zur absoluten Geilheit Richtung Champions League, abgesehen davon, dass wir nicht dauerhaft Champions League spielen wollen, die ist das, der fehlt aber und das ist nämlich genau dieses, das ist genau dieses kleine Element, was du bei Dortmund siehst, da ist es nicht nur die Geilheit, unbedingt dieses Spiel gewinnen zu wollen, sondern du hast dann mit Terzic dann noch jemanden, der eine komplette Verbundenheit zum Verein hat und das hat weder ein Hütter gehabt und das hat weder ein Bobic gehabt und die haben am Ende sich nur aus der Fähre gezogen und mit dem, was Alex ja vorhin auch gesagt hat, mit fadenscheinigen Aussagen nur, um sich selber reinzuwaschen. Ja, Dennis, das hatte dich, ich habe es in unserer Gruppe gesehen, ja auch einigermaßen entzündet. Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich bin froh, dass ihr jetzt so viel Redeanteil hier angenommen habt, weil ich mich einfach noch so sehr über diese gesamte Situation ärgere und ihr habt so tolle Sachen schon genannt. Ich muss aber sagen, mir ist es ein bisschen zu billig zu sagen, ach, die waren jetzt schon in Verhandlungen bei anderen Vereinen und haben sich jetzt schon ihre Gedanken gemacht. Finde ich, finde ich, ja, kann sein, ist auch immer so in jeder Saison. Auf der anderen Seite, Leute, wir haben 2-1 dann sogar geführt gegen Schalke und dann kriegst du es nicht hin, verdödelst das und hast in zehn Minuten, liegst du auf einmal wieder mit zwei Toren hinten. Was passt denn da nicht? Das war einfach die ganze Situation. Ich glaube nicht, dass das mit Verhandlungen und wir haben dir vielleicht den Kopf woanders, sondern irgendwie war der Stecker einfach gezogen. Es kann sein, dass das, wir haben ja schon gesagt, das Main-Spiel war ja schon ausschlaggebend. Vielleicht hat auch gar keiner mehr dran geglaubt, dass du überhaupt die Champions League noch schaffen kannst, weil Dortmund hätte ja eh patzen müssen und so weiter und so fort. Vielleicht überbewertet man dann auch dieses Schalke-Spiel jetzt. Trotzdem ist es für mich ein deutliches Zeichen dafür, ja, alles, was mich an der Eintracht momentan aufregt. Und die indiskutable Leistung gegen Schalke war eigentlich ja nur dieses kleine i-Tüpfelchen. Ihr habt schon ganz tolle Sachen angesprochen. Die ganze Situation um Hütter brauchen wir jetzt gar nicht wahrscheinlich noch weiter auszuführen. Auch Bobic, das regt mich auf. Aber die einzelnen Spieler und da muss ich wirklich sagen, das ärgert mich, denn ich weiß nicht, ob nicht da schon das Kerngerüst schon so bestehen bleibt. Klar werden ein paar Leistungsträger gehen. Auf der anderen Seite sicherlich auch, Marvin, du hast es eben schön gesagt, Leistungsträger, die uns einfach sehr lange schon begleiten, die dann vielleicht, ja, vielleicht noch der gute Launebär in der Kabine mal machen dürfen, aber wirklich keinerlei Spielzeit mehr bekommen. Wer sieht ja auch, wie die Transfers jetzt ablaufen. Sehr viele junge Leute, sehr viele junge Talente. Gefällt mir eigentlich. Hättest du in der Champions League garantiert überhaupt nicht einsetzen können, weil du einfach da hättest du vielleicht sagen können, okay, ihr spielt jetzt in der Liga, die anderen spielen Champions League, wie auch immer, wäre vielleicht dann so ein bisschen was gewesen. Auf der anderen Seite bietet die Situation jetzt auch mit der Euroleague vielleicht auch solchen jungen Talenten mal noch so ein kleines Sprungbrett, wenn sie sich in der Liga schon beweisen, können sie vielleicht auch in der Euroleague noch was reißen. Ich weiß nicht, ich hoffe tatsächlich, dass die Bewegung dorthin geht. Ich bin momentan todtraurig über die Situation, dass wir die Champions League nicht geschafft haben. Andererseits muss man tatsächlich sagen, ob das Schalke-Spiel jetzt die entscheidende Sache wird. Wir werden es eh erst jetzt am Wochenende sehen, ob es überhaupt was gebracht hätte gegen Schalke noch zu gewinnen oder zu punkten. Auf der anderen Seite eigentlich hast du es gegen Mainz. Und da habt ihr alle auch schon richtig gesagt, die Leistung, die war da schon indiskutabel. Und da muss man wirklich sagen, was war los? Was ist mit euch los? Hier führt der sogar 2-1 gegen Schalke. Das ist für mich nicht begreifbar. Und vielleicht gibt das Ding dann noch komplett aus der Hand. Das zeigt einfach, der Glaube war komplett weg. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt was mit, wir haben Verhandlungen, wir spielen eh irgendwo anders, sondern eher, vielleicht hat der Motivationscoach gefehlt. Vielleicht war die Stimmung doch sehr schlecht. Irgendwas habe ich auch gelesen die Woche oder gerade von heute auch, dass die Eintracht auch schon nachgedacht hatte, Hütter gehen zu lassen. Und was ihr auch ja da gesagt hattet mit, Marvin, du hast es schon richtig angesprochen, dann die Situation eben gesagt wurde, ja, aber mit Kovac hat es ja auch noch geklappt. Und Pokal hat dann vielleicht dann dazu angehalten, doch an Hütter festzuhalten. Das sind alles Punkte, das motiviert die Spieler doch nicht. Das ist für die Spieler Unruhe. Das ist für die Spieler, ein Coach muss normalerweise da sein, muss sagen, jawohl, Jungs, geil, kommt, jetzt reißt nochmal euch den Arsch auf. Kann ich mir bei bestem Willen bei dieser Konstellation nicht mehr vorstellen. Und das ist eigentlich das, was mich enttäuscht. Nicht mal, dass die vielleicht Gedanken haben, irgendwo anders dann Champions League zu spielen. Das hat vielleicht diese absolute, ich gebe 100.000 Prozent, aber das muss normalerweise nicht mal von den Spielen unbedingt immer selbst kommen. Wenn du einen guten Trainer und ein gutes Team drumherum hast, die dich motivieren, dann läuft das normalerweise von alleine. Und das ist, glaube ich, hier gar nicht mehr gegangen. Da hat Marvin schon recht. Wir bewerten natürlich jetzt diese Situation in der Rückschau zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidung getroffen wurde, hattest du diese Informationen nicht. Das hätte auch super funktionieren können. Dann würden wir jetzt hier sitzen und würde sagen, super, alles richtig gemacht, den Trainer nicht rauszuwerfen. Das ist jetzt in der Situation einfacher zu beurteilen und zu sagen, als zu dem Zeitpunkt. Das war sicherlich eine Abwägungssache. Und ich hoffe halt einfach nur, dass man für zukünftige Situationen daraus was gelernt hat. Weil verändern kannst du es ja jetzt zu dem Zeitpunkt halt eh nicht mehr. Da hast du völlig recht, ja. Aber gut, was hat man daraus gelernt? Das ist jetzt aber die Frage, René, weil ich weiß gar nicht, ob du musst das so oder so immer individuell schauen, musst gucken, hoffen wir mal, dass wir nie wieder in so eine Situation kommen. Sicherlich muss man an der Bekanntgabe der Situation vielleicht was ändern. Genau. Also das ist so ein Thema, wo du halt ansetzen könntest, generell, wie dieses ganze Thema harmoniziert wird und wie dann da auch währenddessen mit dann, also nach Bekanntgabe dann damit umgegangen wird. Ich glaube, du musst so Situationen ganz anders auch dann beobachten und beurteilen. Gerade wenn du in so einer sehr speziellen Situation bist und da hat Alex vollkommen recht, also sie sagt, dass wir natürlich auch eine komplett andere Situation im Vergleich zu dieser Kovac-Thematik damals haben. Wir haben eben nicht nur die eine Person mit dem Trainer, der geht, sondern wir haben den Trainer. Wir haben aber auch die Co-Trainer, die nach zehn Jahren den Verein verlassen. Wir haben den Sportvorstand. Deutschland. Wir haben hier den Sportmanager. Du weißt noch nicht, wer der Trainer ist. Du hast die Spieler, die vielleicht sich auch denken, so ey, wenn jetzt hier alle irgendwie gehen, dann ist hier halt auch irgendwie, mein Karriereplan sieht auch irgendwie vor, dass ich in zwei Jahren in England irgendwie spiele. Ich glaube, das ist so eine Situation, die auch sehr einmalig ist und die du hoffentlich in so einer Konstellation und in so einem Ausmaß nicht wieder hast. Und wenn du so hast, musst du irgendwie dagegen steuern. Aber ich hoffe auch, dass genau diese Situation nie wieder entsteht. Zwei Personen am Saisonende gehen sind ein absoluter Killer. Das haben wir jetzt festgestellt. Und einer ist schon problematisch genug. Und wenn wir uns die anderen Vereine angucken, wo es ja auch nicht mehr lief, natürlich auf einem anderen Niveau. Aber guck dir an, wie die Rose-Sache erbärmlich abgelaufen ist. Also bis auf gegen uns haben die nicht mehr gewonnen. Guck dir an, wie das selbst mit Nagelsmann gelaufen ist. Und da gab es ja vielleicht ein bisschen weniger Veränderungen, wobei Red Bull jetzt ja gerade ja schon einiges auch wieder durchmischt. Also insofern, das ist schon problematisch. Aber die eine ist trotzdem nochmal ein uniker Fall, weil wir es nie 1 zu 1 vergleichen können. Wir werden nicht wissen, was dahinter noch steckt und wie die Motivation der Spieler aussieht. Wie gesagt, das ist ein Gemisch. Es ist nicht nur ein Hütter und es ist nicht nur ein Bobic. Die tragen ihren Anteil. Aber trotzdem, ich kann natürlich auch die Verantwortung nicht von der Mannschaft nehmen. Das geht einfach nicht, weil die sind, die müssen geil genug darauf sein. Das sind ja Profis und sie waren es nicht. Und ich muss auch sagen, Alex, wie hast denn du das gesehen? Der Fitnesszustand einiger Spieler auch bei dem Spiel, da konnte man doch echt Zweifel bekommen, oder? Das sah auf jeden Fall so aus. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich am Ende der Fitnesszustand ist, oder ob das auch einfach dieses Quäntchen Bock ist. Also ich meine, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist meine Leistung halt einfach auch nach einer halben Stunde schon am Ende. Wenn du aber richtig Bock auf was hast, dann kriegst du halt auch nochmal die dritte und die vierte Luft und rennst. Und dadurch fällt es halt auch nicht auf, wenn du irgendwie müde wirst. Wenn du aber generell auf dieses Spiel, und ich meine während des Spielverlaufs, hat die Eintracht ja auch relativ schnell gemerkt, dass sie mächtig viel zu verlieren haben. Also die liegen auf einmal gegen Schalke 0-1 hinten. Da muss doch den Leuten schon wieder der Stecker gezogen worden sein. Und ich glaube, dass das dann auch so ein bisschen nach mangelnder Fitness aussieht. Aber ich glaube, dass da auch eher der Kopf als die Lunge das Problem ist. Ich wollte gerade sagen, du warst dann natürlich in so einer Situation, auch gerade wenn du weißt, worum es hier geht, dann verfällst du halt auch in so eine Hektik und in so eine Brechstangenmentalität. Und damit lähmst du dich natürlich noch viel mehr, weil du dann irgendwie versuchst, irgendwie alles zu machen. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch an der Stelle viel Kopf war. Man muss aber auch dazu sagen, es ist der 33. Spieltag. Also irgendwann ist halt auch so eine Saison mal lang. Ja, ist was. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich finde, was Alex gesagt hat, ist ein guter Punkt. Vielleicht spielt dann wirklich einfach auch der Kopf mehr mit und dann sieht das auch ein bisschen absurd aus. Gebe ich euch vollkommen recht. Kann natürlich ein Punkt sein. Ich muss nur sagen, als ich dann gesehen habe, habe ich mich doch einigermaßen irritiert und habe gedacht, okay, also plötzlich, abgesehen davon, dass viel Laubwege nicht gestimmt hat. Aber ganz ehrlich, wenn wir das mal weggehen vom Fitnessaspekt. Offensiv, da war so viel Rückfall in alte Zeiten, in alte Holzfußzeiten. Einfach nach vorne irgendwie schauen, was da passiert. Also auch die Struktur der letzten Spiele hat auch vom Offensivkonzept her überhaupt nicht gestimmt, was die Sache halt auch nicht besser gemacht hat. Also erst, wir hatten ja so viele Kleinkriege. Wir hatten diese Kleinkriegssituation mit Younes und Hütter. Ja, dieses Geiere. Dann spielt Younes wieder, dann macht er auch die Vorlage, wird eingewechselt, macht die Vorlage zum 1 zu 1 gegen Mainz. Und dann bist du noch, du hoffest noch, dass was passiert. Aber im Endeffekt haben sie es 80 Minuten davor verballert. So, und dann ist die Sache ja eh schon gegessen. Klar war, Mainz war der Kicker, dass die Eintracht nicht mehr, kann es nicht mehr aus eigenen Gründen irgendwie schaffen, aus eigener Motivation schaffen, in die Champions League zu kommen. Danach war eh klar, dass das Schalke-Spiel wahrscheinlich nur Makulatur ist. Aber trotzdem musst du die doch so gut wie möglich verkaufen. Auch das haben sie halt nicht hinbekommen. Es bleibt eine Enttäuschung für die eigentlich doch eine gute Saison, muss man sagen. Ja, also wenn man irgendwann mal mit ein bisschen Abstand rational auf diese Saison drauf guckt, ist sie glaube ich mit all diesen Rahmenbedingungen und dem Ergebnis, was am Ende dasteht, ist sie gut. Ich komme auch immer mehr in diese Situation, dass ich mir dann mich darüber tatsächlich auch freue und es dann auch so ein Stück weit dann realistisch betrachten kann. Aber so komplett in diesem Modus bin ich tatsächlich noch nicht. Ich kann es noch gar nicht tatsächlich. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch todtraurig, weil einfach, man muss sagen, du hast es doch wirklich verloren. Das ist, finde ich das. Du hattest es ja eigentlich schon. Das war ja nicht, das war was, die letzten oder die Saisons vorher, wenn du da knapp dran warst, hast du gesagt, hast es halt nicht geschafft. Schade, haben am Ende nochmal zwei Siege gefehlt und dann hättest es geschafft und dann wäre alles in Ordnung gewesen. So, du hattest es eigentlich schon. Das waren sieben Punkte Vorsprung. Leute, was ist los? Das ist, das gibt es doch gar nicht. Und dann habt ihr so ein Restprogramm und die anderen haben ein Horror-Restprogramm teilweise und du bekommst das nicht hin und verdödelst dann in diesen letzten Spielen, verdödelst du es einfach. Ich kann es immer noch kaum fassen. Das ist wirklich, es wäre eine andere Situation. Ich könnte mich auch viel besser damit abfinden, wenn einfach jetzt es gewesen wäre, ach, die anderen waren immer vor uns und zwei Spieltage vor Schluss, bist du nochmal schön rangekommen, hast es aber dann halt nicht geschafft, weil die anderen einfach besser waren und haben ihre Spiele gewonnen. Hätte ich gesagt, Platz 5, genial, wow, super leisten. Die Eintracht ist genial, ich liebe diesen Verein, so oder so, davon mal abgesehen. Aber es ist natürlich jetzt eine riesen Enttäuschung, weil einfach diese Situation, du hast die ganze Zeit auf einem Champions-League-Platz gestanden, die anderen haben nicht performt, die anderen haben Probleme gehabt, die anderen hatten die einfachen Gegner und haben nicht gepunktet. Die haben dann noch die schweren Gegner am Ende gehabt und da haben wirklich, also waren ja viele Gedankenspiele und viele Situationen, wo ich mich da selbst erwischt habe. Leider muss ich heute in der Nachsicht sagen, wo ich gedacht habe, Mensch, das kann ja hier wirklich klappen, das ist ja, sieht ja perfekt eigentlich aus. Da muss es ja schon fast mit dem Teufel zugehen, dass wir das noch am Ende so verburken. Und auf einmal, Schnipp, wie gesagt, das war dann eigentlich beim Mainz-Spiel, wir haben es ja schon drüber gesprochen, oder auch die Spiele vorher, es hat sich ja angedeutet, es ging ja immer weiter. Augsburg, wir haben ja letzte Woche schon über die Spiele gesprochen, wo da immer weiter dieser Abwärts-Trend, Abwärts-Trend, Abwärts-Trend. Das ist aber was, ich kann es wirklich immer noch kaum fassen. Deshalb, ich kann mich tatsächlich noch nicht drüber freuen, auch wenn du natürlich sagen musst, gut, Platz 5, ich weiß gar nicht, was heißt es genau, du bist direkt in der Gruppenphase von der Euroleague. Ja, richtig, ja. Ja. Also ist ja schon mal was, nicht diese blöden Quali-Spielen und so weiter und so fort, ist ja schon eine schöne Sache, auch wenn das natürlich für die Reise, obwohl, also bis dahin, wenn wir sicherlich die Reisespiele noch nicht machen dürfen, die Stadion-Hopping machen dürfen, dementsprechend ist dann aus der Sicht vielleicht für die Fans gar nicht so schlimm. Weiß ich noch gar nicht. Andere Länder, andere Sitten. Es wird wahrscheinlich trotzdem gut funktionieren, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, ja. Also wie gesagt, aber trotzdem, es ist ja schon ein Erfolg, klar, das Gruppenphase Euroleague für die Eintracht ist schon was Gutes. Trotzdem, wie gesagt, ich bin noch so enttäuscht darüber, weil einfach, du hattest es in der Hand und hast es weggerissen bekommen, ist was anderes, als wenn du es eh nie in der Hand hattest, sondern einfach nur sehr nah dran warst. Und da fand ich mal in der Saison definitiv was ganz anderes. Es ist ja gar nicht mal am Sportlichen so richtig gescheitert, sondern es kamen ja einfach, es kamen äußere Einflüsse dazu, die auf einmal so eine Sogwirkung auch hatten und eine Spirale ausgelöst haben, wo du auf einmal in einem Strudel drin bist, aus dem du nicht mehr rauskommst. Es war ja nicht so, dass wir die ganze Zeit, was der Hütter gesagt haben, wir haben überperformt, bla bla bla. Gegen Schalke hättest du nicht überperformen müssen. Du hättest nicht über deinem Limit spielen müssen. Wenn jeder 80 Prozent gespielt hätte von dem, was er kann, hätte das locker gereicht, um Schalke rauszuschießen. Ja. Also es ist nicht daran gescheitert, dass wir qualitativ nicht hätten mithalten können oder so, sondern es ist halt einfach ein Scheißdreck gescheitert. Was aber mir gerade so ein bisschen zugute kommt, ist, dass bei mir auch nicht die Freude über den fünften Platz kommt, aber ich bin so abgefuckt von all dem, was passiert ist. Dass ich Bock auf die neue Saison habe. Ja, das ist auch krass. Allerdings sprichst du einen guten Punkt an. Bei mir ist es mittlerweile schon so, wir reden heute noch drüber. Ich habe am Montag bei Fußball 2000 drüber gesprungen. Wir werden am Montag nächste Woche die allerletzte Rückblicksfolge machen und dann ist es mir auch egal. Also ich kann es nicht mehr ändern. Ich habe auch keinen Bock auf das Freiburg-Spiel mehr. Es ist mir kackend breit. Alter. Genau. Ohne Scheiß, stell die zweite Mannschaft auf. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ganz ehrlich, da habe ich auch vorhin drüber nachgedacht und worauf ich keinen Bock habe, ist, dass wir uns am Ende der Saison noch das vorwerfen lassen müssen, was wir bei den anderen immer kritisieren, dass sie Wettbewerbsverzerrung betreiben, indem sie irgendwie die C-Mannschaft aufnehmen. Was ist denn Wettbewerbsverzerrung, wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren? Also eigentlich, wenn wir dem Trend nachfolgen, haut uns Freiburg weg. Von daher ist eigentlich auch egal. Also mir ist Freiburg scheißegal. Meinetwegen kann da die Traditionself spielen, ist mir Wurst. Aber so langsam kommt in mir auch so ein bisschen durch den Transfer von gestern so der Bock auf die neue Saison, weil ich halt mir jetzt so ein bisschen vor Augen für, was vor allen Dingen Ben Manga in den letzten Monaten alles schon vorbereitet hat. Ali Akman ist in den Startlöchern. Es sind viele junge Leute da, die zurückkommen mit Rodrigo Salazar, der in St. Pauli eine geile Saison gespielt hat. Jovelic schießt sich in Österreich warm. Ob das alles für die Bundesliga reicht und für die Euroleague, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass was Neues entsteht und auf das habe ich gerade Bock. Und ob jetzt ein Silver geht oder, weißt du, am Ende ist es mir sogar lieber, die gehen alle. Nicht, dass ich Kostic nicht hier halten will, aber mein Gott, wenn es für dich eine Belastung ist, bei der Eintracht zu spielen, dann geh. Ihr solltet alle dankbar sein, dass ihr hier wart, weil all eure scheiß Karrieren waren nämlich am Arsch. Wer wollte denn André Silver vor einem Jahr noch haben außer der Eintracht? Wer wollte denn mit einem Philipp Kostic überhaupt nochmal einen Vertrag abschließen? Kein Mensch. Also wenn ihr keinen Bock mehr auf die Eintracht habt, dann geht. Bitte. Es ist ja auch gar nicht so negativ gesagt, wenn man im Endeffekt eine Win-Win-Situation kreieren kann. Wenn Kostic jetzt gehen will, nach unfassbar vielen guten Jahren, muss man festhalten, wie gut, wie dauerhaft er stabil auch war. Im Umbruch erinnern wir uns, als ein Jovic gegangen ist, als auch ein Rebic beispielsweise gegangen ist, als ein Herr Leer gegangen ist, war er noch die Säule, die noch blieb, auch mit einem kleinen Tiefkampf dann wieder zurück, hat sich wieder herangekämpft. Also er war eine stabile Säure, äh Säure sag ich schon, Säule. Säure auch, Säure für die Gegner, in die Augen der Gegner. Also war wirklich extrem gut. Aber es ist auch kein Drama, wenn es jetzt wirklich so kommt, der sagt, okay Leute, letztes Jahr war ich nur noch hier und bin noch geblieben, aber jetzt würde ich ganz gerne wechseln. Wenn die Seiten sich verständigen können und es für beide eine lukrative Situation ist, kein Drama. Und so geht es bei anderen ja auch. Silver, fand ich, ich meine, hat ja auch, da darf man nicht vernachlässigen, jetzt einen Torrekord gemacht für die Eintracht. Das ist ja, das ist ja unfassbare, unfassbare Torquote für Eintracht-Verhältnisse. Auch mega Respekt. Aber wenn die gehen wollen, ist das auch völlig in Ordnung. Und bei anderen hat Alex halt auch vollkommen recht. Die Karriere wurde bei der Eintracht gemacht und das muss man erst mal hinbekommen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass junge andere Talente überhaupt zur Eintracht wollen, weil sie merken, da haben sie das Spielfeld und können groß werden. Was also auch wieder auf uns einzahlt, der Erfolg dieser Spieler, über die wir gerade gesprochen haben. Es ist mehrschichtig, aber ich stimme der Alex insofern zu, dass ich tatsächlich schon darüber nachdenke, dass die nächste Saison, die ein krasser Umbruch wird und da kommt noch viel, viel mehr. Allein, weil wir noch nicht wissen, wer der Trainer wird. Allein, weil wir nicht wissen, wie die finanzielle Situation mit Corona ist, ob man dann doch wieder ins Stadion darf. Das heißt, es wird ein bisschen abgefedert. Da sind so viele Variablen. Aber die Eintracht tut gerade zumindest mit Ben Munger vieles dafür, dass es in die richtigen Bahnen läuft. Und dann ist es ja gar nicht schlecht. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal auf die Transfers gucken, weil die geben mir tatsächlich auch gerade so ein bisschen Energie und lassen mich halt wirklich auf diese neue Saison erhoffen. Wir haben ja... Ein bisschen durchatmen. Ich bin immer noch überrascht von mir selber, wie sauer ich eigentlich war. Ja, alles gut. Wir sind ja hier, um Raum für solche Situationen oder für solchen Frust zu schaffen, damit er mal raus kann. Ich glaube, da draußen war jetzt auch der ein oder andere, der wild mit dem Kopf genickt hat und wahrscheinlich vor lauter Freude über deinen Frust dann auch mal seinem Frust irgendwie Luft gemacht hat. Also von daher, das kann ja dann auch durchaus helfen. Genau. Wir haben ja letzte Woche nicht über den Transfer des Torwarts gesprochen, weil wir es tatsächlich vergessen haben. Das wurde schon angemahnt. Von daher holen wir das jetzt hier nach. Die Eintracht hat letzte Woche schon veröffentlicht, dass sie Dianne Ramay verpflichtet. Torwart, Talent, 19 Jahre, kommt aus Heidenheim, war vorher in der Jugend tatsächlich, ich glaube, bei Stuttgart und davor bei den Kickers. Ja, genau. War vorher beim VfB, ist dann zu den Kickers, dann zu Heidenheim. 19 Jahre jung, kommt jetzt zu uns. Aus meiner Sicht auch ein klares Zeichen, auf dieser Torwartposition früher oder später dann eine Ablösung zu schaffen. Fand ich sehr interessant. Also ja, ich finde das halt, ja. Aber ja, das ist natürlich ein, das ist halt 19 Jahre, das müssen wir abwarten. So, ne? Also. Ja, kannst du davon ausgehen, dass er vielleicht nochmal, wenn jetzt nicht irgendwie, ich weiß ja nicht, wie die ganzen anderen Thematiken irgendwie aussehen, vielleicht nochmal für ein Jahr oder irgendwas verliehen wird. Aber perspektivisch würde ich schon sagen, holt mal so ein Spieler auch, um ihn dann irgendwann früher oder später in der ersten Mannschaft spielen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, er hat schon die realistische Chance, die Nummer zwei zu werden, ne? Weil wer weiß, was mit Renau ist. Genau. Ob er nach der Situation auf Schalke nochmal zur Eintracht zurückkehrt oder vielleicht zurück, nach Dänemark kann ich mir ganz gut vorstellen, geht Schubert wechselt ja wieder zurück zur Schalke. Genau. Also zumindest Palaz 2 ist durchaus möglich und wir wissen auch nicht, was mit Kevin Trapp ist. Da würde ich jetzt erstmal so vorsichtig optimistisch denken, dass er noch ein bisschen da bleibt. Aber er ist ja jetzt auch, wie alt ist Trapp? 33, 34? Spielt er jetzt erstmal EM, oder? 30, Entschuldigung. Ja, okay. 30, ja. Den hätte ich noch gar nicht so alt gesehen. So, der hat dann jetzt noch, na gut, wenn du das in Buffon rechnest, dann hat er noch irgendwie gefühlt, äh, 15 Saisons vor sich, aber, ja, ähm. Sehr gut, ja. So, von daher fand ich auf jeden Fall eine spannende Verpflichtung. Ähm, noch viel spannender fand ich tatsächlich die Verpflichtung von dieser Woche. Die kam wirklich so total überraschend. Ähm, gestern oder vorgestern veröffentlicht, glaube gestern. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, Fabio Blanco Gomez, eins für seine Altersgruppe tatsächlich absolutes Top-Talent aus Spanien. Wo zumindestens, wenn man den Presseberichten glauben darf, auch so Mannschaften wie Dortmund, Bayern, aber auch Barcelona mal ihren Hut in den Ring geworfen haben für den Spieler. Und wenn der sich dann entscheidet, tatsächlich zur Eintracht zu kommen, und wie die Eintracht ja auch mitgeteilt hat, dass er tatsächlich auch, ähm, eine Spielberechtigung für die erste Mannschaft bekommen soll mit seinen 17 Jahren. Und man auch damit rechnet, ihn halt auch einzusetzen, der auf der, auf der rechten Außenseite, also quasi das Pendant zu Kostic auf der rechten Seite ist. Dann deutet das für mich zum einen an, dass man tatsächlich diese Position jetzt mal ernsthaft besetzen will. Tut mir leid für Herrn Durm, der da ja auch durchaus gut gespielt hat, aber vielleicht jetzt tatsächlich mal ernsthaft machen will. Und aber auch so ein Talent bekommt, was sich mit 17 Jahren entscheidet. Nicht, wenn jetzt irgendwie Barcelona winkt, sondern zu sagen, von wegen, ey, ich gehe zur Eintracht, weil cooles, cooler Verein, coole Umgebung. Mich haben die Gespräche mit Ben Manga überzeugt und ich sehe da eine Chance, dass ich mich da entwickeln kann und spielen kann. Dann macht das schon Bock auf nächste Saison. Ja, also im Endeffekt finde ich das eine sehr interessante Verpflichtung. Also das war ja, ich glaube Anfang Mai gab es die ersten Gerüchte, dass Blanco vielleicht zur Eintracht wechseln könnte. Und da habe ich das noch so ein bisschen abgetan, so von wegen, naja, es ist ja schon öfter so, dass die Eintracht in der Valence auch mittlerweile mit größeren Namen gehandelt wird. Ich weiß, dass, glaube ich, der BVB offenbar auch Interesse gezeigt hat, aber dann hörst du so Namen wie Barcelona und Real und denkst, na gut, okay, ob wir da mithalten können. Ist dann irgendwie interessant, dass wir dann wirklich auch da mit reingerüchtet werden, aber dass es dann wirklich auch klappt. Und ich glaube, das ist in sehr großen Maße wirklich Ben Manga zu verdanken. Auch so ein bisschen eine wechselnde Transferstrategie, habe ich schon das Gefühl, na klar, hin zu jüngeren. Das heißt aber auch noch nicht zu so fest gebundenen Beraterfirmen, wie beispielsweise mit den Bobic zusammengearbeitet hat. Also hier sehen wir da schon einen kleinen Mandel in dieser Strategie. Das kann schon sehr, sehr gut sein für die Eintracht. Das ist jetzt natürlich eine Riesennummer. Wie sich das dann im Endeffekt auf dem Platz zeigt, müssen wir sehen. Aber dass er eine Möglichkeit bekommt, da zu spielen und auch mit 17, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dafür hilft natürlich auch die Europa League. Je nachdem, welcher Gegner kommt, kann das ja auch relativ früh schon zum Einsatz kommen. Also insofern richtig gute Nummer und macht einem natürlich auch ein bisschen Hoffnung. Sieht auch geil aus, der Typ. Also ich meine, das ist doch mal eine Erscheinung irgendwie, oder? Geiler Typ. Aber nee, also komm, bitte vorher nochmal zum Friseur. Der erinnert mich ein bisschen an Guendouzi. Das kann ich schon nicht angucken. Die Spongebob Frisur? Also bei David Luiz finde ich es geil. Wenn ich mir bei Guendouzi angucke, habe ich permanent das Bedürfnis, runter auf den Platz zu rennen und dem Typ einfach ein Haargummi zu geben. Wie kann ich denn mit so einer offenen Mähne Fußball spielen? Das geht mir nicht in den Kopf. Na ja, also er soll Fußball spielen und nicht hier Modenschau machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ein Punkt, René, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Denn ich muss sagen, es ist und bleibt ein Talent und er ist 17 Jahre alt und eine Problemposition, die wir auch in dieser Saison wieder total krass erkennen mussten, nämlich die Rechtsaußenposition. Du sagst das genau, über rechts kam fast gar nichts und die Besetzung, ob Durm, Touré oder Chandler, konnten alle überhaupt nicht überzeugen. Da jetzt zu sagen, na ja, da haben wir jetzt Fabio Blanco Gomez und da haben wir zum Glück jetzt einen, der hier über die Rechtsaußenposition uns da gut vertreten kann. Da würde mir Angst und Bange werden, sondern ich hoffe, dass da ernsthaft über eine richtig ordentliche Verpflichtung nachgedacht wird, weil wir wissen alle, das war ein Riesenproblem auch in dieser Saison wieder, dass du viel zu durchschaubar warst, viel zu einfach auszumalen, viel zu einfach auch zu stoppen, indem du gesagt hast, okay, kommt eh alles über Kostic, den stelle mal zu, über rechts, die kannst du laufen lassen. Ich hoffe einfach, dass wir da ordentlich was und dann einfach einen Gomez auch darüber mit aufbauen. Natürlich soll der seine Spielzeit bekommen, natürlich soll der auch da ordentlich gefordert werden, aber ich hoffe nicht, dass das unsere Nummer-Eins-Besetzung für die rechte Seite sein soll, weil, also da hoffe ich, dass zumindest nochmal ein ordentlicher Zweiter dahin kommt, weil die anderen, ehrlich gesagt, dann hoffe ich wirklich eher, dass da Costa wieder kommt und der ein bisschen, ja, wieder an seine alten Zeiten ranrücken kann, weil ich glaube einfach dafür, dass wer ein bisschen arg viel verlangt von einem 17-Jährigen, dass der jetzt da ins kalte Wasser geworfen wird und muss da muss performen, denn das ist tatsächlich ja eine Muss-Position eigentlich. Ja, gegen Argument, als ein Dicker zu uns kam, war er auch 17, gut, ist ein Monat später 18 geworden und hat in seiner ersten Saison bei uns 27 Pflichtspiele abgeleistet und wir finden ihn als einen der geilsten Innenverteidiger ever. Das war aber die Saison, wo wir 70 Spiele gemacht haben oder so, oder? Ja, trotzdem, also er hat in der Saison halt 27 Ligaspiele und neun Spiele in der Euroleague. Ja, aber das ist eine Kann-Situation, also sowas kann gut gehen, aber das muss nicht und mit so einer Erwartungshaltung darf man so einen 17-Jährigen auch, glaube ich, nicht überfrachten. Der hat einen Zwei-Jahres-Vertrag. Wir haben eigentlich bei fast jedem Spieler gesehen, dass er das erste halbe bis Jahr braucht, um sich hier einzuleben und Fuß zu fassen. Von daher sind meine Erwartungshaltungen an ihn nicht so krass, dass ich denke, dass er der fest eingeplante Mann für die rechte Seite ist, aber auf jeden Fall ist das eine gute Investition in die Zukunft, das kann eine geile Sache werden. Wenn es läuft, ist Bombe, dann kann er meinetwegen auch jedes Spiel machen, wenn es nicht läuft, dann braucht er halt einfach noch ein bisschen und nimmt 22 Stunden. Das ist doch das Ding, es geht ja nicht darum, wir wissen auch gar nicht, wie viele Spieler macht, wie viel wir gesehen haben, dass dann am Training, am Anfang, erst mal verletzt er sich und so weiter, zehn Spiele verpasst er und dann kommt er später rein. Aber die alleinige Tatsache, dass die Eintracht in diesem Bereich mitmischen kann und potenziell auch nicht nur Deutsche, sondern gerade mit Deutschen tatsächlich holen wir ja nicht so ganz so viele Talente, aber auch ausländische Talente, ja, weil in den letzten Jahren war ja der Fokus ja eher mehr auf portugiesische, vielleicht aus der spanischen Nachwuchsabteilung, dass die Eintracht da überhaupt zuschlagen kann und ein Gewicht hat. Ich glaube, das ist auch eine richtig coole Angelegenheit und da können wir froh sein und was daraus wird, das werden wir sehen. Aber wir haben halt in der Vergangenheit gesehen, ein Ben Manga hat oftmals ein gutes Näschen bewiesen und so stolz, wie Ben Manga da posiert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht komplett, ähm, kompletter Humbug ist. Ja. Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch nicht das Einzige, ne? Also ich meine, heute kamen die, die nächsten, ich sag mal, Gerüchte auf, dass, äh, Kolo Muniani, ähm, auf dem, auf dem Wunschzettel steht. Letzte Woche ging schon, äh, hier der Stürmer vom FC Toulouse, äh, durch die, durch die Presse, dann, äh, Christopher Wu als Innenverteidiger von, von, von AS Nossi. Ähm, also da ist ja echt einiges auf dem Zettel, was an jungen Talenten noch, äh, in der, in der Einflugsschneise irgendwo dreht und das finde ich halt einfach geil, weil das ist das Konzept, mit dem die Eintracht langfristig arbeiten muss, ne? Das haben wir, das haben wir schon bei den ganzen, äh, Ilsan, Karl, Zuber, sonst was Transfers immer wieder moniert. Ähm, klar brauchen wir auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler, ähm, aber auf die Jungen zu setzen und da zu gucken, dass ich immer eine, eine gute Masse im Petto hab von jungen Spielern, die sich entwickeln können, ähm, und es hat ja einfach bei uns in der letzten Zeit oft genug geklappt, ne? Tuta ist das nächste Beispiel, es läuft ja bei vielen gut. Und deswegen, das, äh, das feiere ich gerade voll und da, das ist der Punkt, weswegen ich mich auf die nächste Saison jetzt einfach freue. Ja. Es sei denn, Glasner kommt. Ja, das ist natürlich jetzt. Um nicht müde zu werden, das zu sagen. Das ist natürlich jetzt so dieses große, äh, offene Thema, ähm, die Thematik mit dem Trainer, da sind ja so ein paar Namen, die tatsächlich da jetzt gerade noch, ähm, genannt werden. Ähm, was glaubt ihr denn, wann sich da an dieser Thematik was tut? Da gehen ja auch Gerüchte rum mit nach dem Motto, äh, Trainer steht schon fest, aber wird erst, ähm, dann ab 1.6. tatsächlich kommuniziert, damit Krösche ihn quasi announcen kann und das nicht mehr Bobic machen muss. Wobei ich der Meinung bin, dass du das Thema halt auch umgehen könntest, indem dann halt einfach ein, ein Hellmann als, äh, Vorstandssprecher das halt eben dann tut. Ähm, was glaubt ihr denn, wann da tatsächlich jetzt mal ein Name genannt wird? Marvin, du bist doch da wahrscheinlich bestens informiert. Am Puls der Zeit. Also, ich meine, ja, also, es kommt auch ein bisschen drauf an. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt fest ist. Also, ähm, ja, es gibt ein paar Namen, aber ich glaube, es werden noch intensive Gespräche geführt. Und Krösche ist ja derjenige, der die gerade auch, äh, führt, auch wenn er noch nicht offiziell in Charge ist. Aber genau das macht er wahrscheinlich nicht jetzt schon oder von einer Voraussicht nach. Ist ja da schon sehr, sehr involviert drin. Also, wenn du sagst, du willst nochmal, du schaffst es bis Samstag, ähm, und willst nochmal so ein bisschen Hütte einen auswischen, dann könntest du das auch schon vorher machen, dass überhaupt wirklich niemand über den aktuellen Übungsleiter mehr spricht. Aber am Ende kannst du das auch, also, ich kann es relaxed machen, bin du dir hundertprozentig sicher bist, weil jetzt ist es eh egal. Du kannst ja keinen Push mehr irgendwie mitgeben, ne, hättest du die Möglichkeit gehabt, vor, vor Mainz das schon irgendwie klarzuziehen, dass die Spieler auch merken, okay, da ist jetzt schon jemand Neues, der guckt auch auf mich, ich muss mich dann dementsprechend vielleicht auch mit meiner Leistung für die nächste Saison schon anbieten. Das wäre ja eine Option gewesen. Das hast du alles verstreichen lassen, auch aus Gründen, weil von dem, was man hört, hat Krösche sofort bei einigen Trainern angeboten, gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Und dementsprechend musste neu sondiert werden. Also, insofern ist da ja ein Wandel auch gewesen. Deswegen wird es ein bisschen länger dauern. Ich gehe davon aus, dass wir das wirklich erst, ähm, ja, so, bei, kurz vor oder bei, äh, bei Europameisterschaftsbeginn, ich glaube, kurz vorher, ja, so erste Sechs oder so kann ich mir gut vorstellen. Und dann schauen wir mal, wer es wird. Ja, also, das, wer es wird, ich glaube, Glasner ist gar nicht mehr so wirklich heiß. Ähm, das ist, äh, zum Glück für Alex ist das schon momentan schon so, dass sich die Sache da gar nicht mehr so wirklich erhärtet, außer wenn ihr da noch ein paar Hot-Tags habt, könnt wir sie gerne verbreiten. Terzic ist gerade der heiße Shit, oder? Ja, aber ich glaube, der wird auch eher hinein gewollt von vielen Leuten. Ja, glaube ich auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass die Sache ernsthaft heiß ist, sondern, dass jeder diskutiert ihn, weil er halt so ein geiler, authentischer Typ ist. Ähm, ich würde es cool finden. Ja, ich fände es auch cool, aber ich hätte halt auch so ein bisschen Bedenken. Also, ich kann Alex total verstehen mit dieser Glasner-Thematik. Der wäre mir tatsächlich Hütter zu ähnlich. Da hast du das selbe... Der muss auch noch schwieriger sein dazu. Ja, kann ich nicht beurteilen. So von außen wahrgenommen, wäre er mir tatsächlich zu ähnlich vom Charakter. Ich fände Terzic, wie du sagst, vom Charakter her gut, weil ich ihn tatsächlich für einen ehrlicheren Charakter halte, weil ich glaube, dass er eine gewisse Emotion hat. Der steht halt wirklich an der Seitenlinie und schreit und will halt einfach den Sieg. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, der ist halt genauso Fußball-Fan wie wir auch. Halt für den anderen Verein, nämlich für den BVB. Und wenn die halt sonntags anrufen und sagen, hier, Rose geht gar nicht, wir brauchen hier einen, der hier gerade mal den Ladenwetter übernimmt. Ich glaube, der würde sich schwer tun, da tatsächlich Nein zu sagen. Oh nein, also ganz ehrlich, der ist auch Profi genug. Also ich meine, wenn er bei der Eintracht einen Vertrag unterschreibt, dann hat er sich das vorher genau überlegt. Also da würde ich mir wirklich keine Sorgen machen. Nein, das ist, also ich meine, wir sind ja nur Profifußball hier. Also ich meine, wenn er für den Vertrag unterzeichnet, ja, aber ja, trotzdem, aber wenn er den Vertrag unterzeichnet, dann hat er genau mit diesen Konsequenzen in seinem Kopf eine Entscheidung getroffen. Wenn er das, der hat ja davor auch schon, der war ja nicht nur bei dem BVB. Das Gute ist, er kann ja mit jungen Leuten auch arbeiten, das haben wir ja gemerkt. Wie gesagt, kommt ja auch aus der Jugendabteilung, war aber auch schon in England und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Trainer, der einigermaßen versiert ist, der natürlich noch nicht auf diesem Niveau so lange Fuß gefasst hat, aber vielleicht will er das auch gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass er das vielleicht auch gar nicht will, dass das eher gerade wirklich sowas ist, was man ihm andient und wo jeder sagt, hier, mach das doch. Aber wichtig ist nicht, dass irgendjemand sagt, mach das doch, sondern dass er selber für sich entscheidet, mach ich es oder mach ich es nicht. Das Zutrauen, ja. Weil das Allerschlimmste ist, wenn das, das haben, es gab, gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Trainer, genau die, die so in diese Position hineingezogen wurden und das dann im Endeffekt gar nicht so gut gemacht haben, weil sie halt in diesem Druck auch der medialen Öffentlichkeit gar nicht so nicht gewachsen waren oder die es gar nicht wollten. Und er muss es für sich wissen und dann muss er für sich entscheiden, kann ich dann den Vertrag unterschreiben bei irgendeinem anderen Verein, weil tatsächlich ist ja auch so, dass Leverkusen auch Interesse an ihm hatte, also nicht nur die Eintracht. Aber wenn er das dann macht, dann bin ich sicher, dann ist er auch standhaft. Aber ob er das will, das muss er natürlich für sich entscheiden. Ich habe eine Frage. Schade, dass der Basti heute nicht dabei ist, sonst hätte ich jetzt mal Kohfeldt in die Runde geworfen. Da habe ich tatsächlich, nachdem sie den jetzt irgendwie abgesägt haben, was ich auch absolut nicht verstehe, wir wollen. Habe ich sofort Angst bekommen. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist ja auch so, scheiße. Bitte nicht. Mach keinen Scheiß jetzt. Aber da glaube ich tatsächlich auch nicht. Also genauso wie du bei Terzic sagen kannst, du weißt halt nicht, ob er das tatsächlich will. Glaube ich halt auch einfach bei Kohfeldt, der passt halt auch null zu uns. Eine Frage aber, Leute, warum, Marvin, du hast das jetzt so gesagt, Glasner ist für dich total kalt, weil die Frist mit den 4,5 Millionen abgelaufen ist und einfach mal nichts mehr medial und intern bekommt. Eigentlich wäre es aber doch der ideale Move, weil du kannst jetzt im Endeffekt sagen, Ablöse noch weniger. Der Streit ist ja gegeben in Wolfsburg oder dass es eine Vertragsauflösung gibt, wir überhaupt keine Ablöse bezahlen müssen oder nur ein kleines Handgeld. Normalerweise wäre es doch ein sehr smarter Deal, wenn du sagen würdest, komm, die 4,5 Millionen Ablöse sind jetzt, diese Ausstiegsklausel ist abgelaufen und wir einigen uns nebenbei. Ihr kriegt 500.000 und alles ist in Ordnung. Ihr wollt eh mit dem Trainer nicht weitermachen, weil ihr verzopft seid etc. etc. Wie gesagt, also ich muss sagen, man kann von ihm halten. Das ist jetzt wieder eine Situation. Will man Glasner überhaupt haben? Passt er zur Eintracht? Passt er ins System? Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so abgeneigt wie Alex. Ich sage, oh Gott, der geht ja gar nicht, sondern ich könnte mir das schon vorstellen. Ich finde aber die 5 Millionen oder 4,5 Millionen Ablöse, kann ich schon verstehen, dass die Eintracht das nicht zahlen wollte, weil es einfach in der aktuellen Situation Corona-bedingt und so weiter ein Haufen Geld ist, gerade auch im Profifußball bei der Eintracht. Dementsprechend könnte ich mir, für mich ist das Gerücht dadurch nicht kälter geworden, nur weil die Ausstiegsklausel nicht gezogen wurde. Also dafür wird es für mich eher wärmer, dass vielleicht da, das würde vielmehr zur Eintracht, zur modernen, finde ich, oder zur intelligenten Eintracht, die ich hoffe, die wir mittlerweile geworden sind, passen, wenn wir im Endeffekt das umgehen wollen und jetzt neu verhandeln und schauen, was geht. Oder seht ihr das ganz anders? Also ich glaube ganz ehrlich, dass du hast vollkommen recht, du hast einen guten Punkt angebracht, in dem du sagst, dass jetzt allein dadurch, dass die Klausel nicht gezogen wurde, das jetzt nicht kälter ist. Da bin ich vollkommen bei dir. Da können ja immer noch Sachen noch neu verhandelt werden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du deutlich näher an der Kausel schon dran warst und zwar bevor Krösche bei der Eintracht hätte landen sollen. Und als er dann ankam und das klar war, ist es für mich, also vielleicht bringe ich den zeitlichen Kontexten wenig durcheinander, da könnt ihr mir ja gerne nochmal irgendwie in die Kommentare auch Bescheid sagen. Ich sehe ja auch viele bei Twitter, die gerade unterwegs sind, aber von dem zeitlichen Kontext habe ich das Gefühl, dass sobald, also als Krösche bei der Eintracht war, wurde es ein bisschen kälter mit dem Trainer der Wolfsburger. Und ich glaube, das hängt so miteinander zusammen. Deswegen glaube ich fast nicht, dass es der Fokus darauf ist. Vielleicht gibt es eine eheliegende Lösung, aber ich sehe sie momentan ansonsten auch nicht. Wichtig, ihr habt vollkommen richtig gesagt, Terzic ist so obvious state, wo ich aber auch denke, dass es viele Eiferleute wollen, nachdem sie einen Pokalsieg gesehen haben am Donnerstag und so einen authentischen Typ, der authentisch gefeiert hat, der aber auch mit Dortmund nach einem schwierigen Start die Sache noch hingebogen hat, wo ich echt einen riesen Respekt vorhabe. Und du kennst Glasner, den hast du in der Bundesliga gesehen, alles andere. Patricia hatte hier ja vor einigen Wochen Seohane ins Gespräch gebracht, den ich davor halt wirklich nur vom Lesen kannte. Und der wurde dann plötzlich auch an die Eintracht ein bisschen mehr herangetragen. Leverkusen ist ebenfalls interessiert. Das sind alles so Namen. Aber so hundert Prozent wissen wir es halt alle nicht. Vielleicht wird es halt wirklich jemand komplett outside the box. Und selbst in Seohane Lösung war schon was anderes. Mal noch eine andere Theorie. Es ist ja auch noch EM. Das heißt, da wird sich ja auch nochmal was so Nationaltrainer ist, vielleicht auch noch das eine oder andere tun. Könnte es vielleicht auch eine Option sein, noch ein Stück weit die EM abzuwarten, um zu gucken, ob das noch irgendwelche Rotationen auf dem Trainermarkt auslöst? Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die EM große Auswirkungen auf den Trainermarkt haben wird. Will man einen Nationaltrainer bei der Eintracht sehen? Das ist ja so die Frage. Also jemand, der nicht das alltägliche Geschäft hat. Die Frage könnte ja auch sein, ob irgendein, ein, weiß ich nicht, sonstiger Trainer irgendwie damit dann auch irgendwie hofft, irgendwie Nationaltrainer zu werden und das dann vielleicht Plätze irgendwie freimacht und vielleicht so ein bisschen Bewegung in diesen Trainermarkt einfach auch reinbringt. Hast du da irgendjemanden konkret im Kopf? Nee, habe ich nicht. Es war nur gerade eine Theorie, weil ich gerade überlegt habe, dass ja auch EM ist, nachdem ich diese ganzen EM-Schlagzeilen jetzt auch immer mehr auf Transfermarkt und auf sonstigen Seiten irgendwie sehe, ob das vielleicht irgendwas noch mit reinbringen könnte. War jetzt nur so eine blöde Idee gerade. Also ich weiß momentan jetzt nicht von Nationaltrainern, die ich zwingend bei der Eintracht sehen wollen würde. Insofern, du sprichst Löw an wahrscheinlich. Ah, nee, Löw jetzt nicht. Also ganz ehrlich. Ist ja im Karussell schon drin. Ja, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Hier, aber vielleicht bleibt am Ende Terzic bei Dortmund, wird der Cheftrainer und Rose kommt zu Eintracht. Ja, weiß ich nicht. Also ob mir das jetzt unbedingt besser gefällt? Also der gefällt mir auf jeden Fall besser wie Glasner. Der hat zwar auch einen faden Beigeschmack mit der Nummer, die jetzt in Gladbach abgezogen hat und jetzt da auch dann... Wobei er ja da in Gladbach, finde ich, nicht ganz so viel Schaden genommen hat. Also wir tun ja tatsächlich mittlerweile schon Gladbach-Fans und Hertha-Fans tatsächlich leid mit den zwei Chaoten, die sie da jetzt kriegen, weil du halt nie weißt, ob die das jetzt ernst meinen oder ob die dich nicht irgendwie für den nächstbesten da irgendwie wieder links liegen lassen. Ja. Also ich glaube, da aus der ganzen Thematik kommt Rose noch halbwegs unbeschadet aus diesen ganzen Wechsel-Trainer-Sport-Vorstands-Geschichten jetzt irgendwie raus, finde ich. Stimmt, ja. Ja. Ich glaube, bei Gladbach tatsächlich auch nicht mehr. Also da sind ja auch alle froh, dass sie den los sind. Also wie gesagt, hier der sportliche Abstieg, zumindest in dieser Saison der Gladbacher, ist ja auch erstaunlich, muss man sagen. Also es sind viele Baustellen. Ich glaube, wir kommen hier trotzdem zu keinem Ergebnis, dass wir jetzt, also wir können ihn jetzt noch nicht festmachen, aber die Namen, ganz ehrlich, ich könnte mit einem Terzic trotzdem gut leben. Es gibt vielleicht auch noch die Überlegung, ja, Tedesco, der jetzt aufgehört hat in Russland, der dort auch gefeiert wurde, der dort sehr gut ankam, der natürlich echt Pech hatte mit seinem Engagement auf Schalke, was da aber noch nicht komplett desaströs gelaufen ist. Also könnte auch eine Option sein. Also es sind ja auch in den letzten Jahren viele Trainer auf Schalke, jetzt haben wir gescheitert, was aber natürlich ist, weil Schalke einfach leider zumindest ein ziemlich chaotischer Verein war. Vielleicht sind da noch mehrere interessante Personalien dabei. Tedesco wäre vielleicht auch keine schlechte Lösung, weil der auch noch extrem jung ist und offenbar auch gut mit jüngeren Spielern gut kann. Ich habe mich heute kurzfristig überlegt, als ich den Kicker heute Mittag irgendwann aufgemacht habe und gelesen habe, dass Klose bei den Bayern geht, da war der Moment, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, jawohl, endlich kommt hier Bewegung rein, da haben wir doch unseren neuen Trainer. Ich habe jetzt gehört, Gramozis hat keinen Vertrag für die zweite Liga. Das ist kurios tatsächlich. Nehmen wir mal so zur Kenntnis und ignorieren wir. Ich kann meine Quelle nicht preisgeben, falls das eure nächste Frage sein soll. Ah, okay, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich weiß nicht, Gramozis hat super Arbeit geleistet bei Darmstadt. Es war schon echt ordentlich. Ich kam ja dann, glaube ich, kam gut. Aber ein anderer Name, der ja auch wieder im Gerücht ist und auch schon vorher mal von ein paar Wochen im Gerücht war, ist jetzt Raúl. Fand ich ja auch irgendwie eine weirde Kiste. Aber anscheinend muss die Eintracht sich ja wirklich mit ihm getroffen haben. Ich kann das schwer beurteilen. Ich weiß, dass er bei Castilla ist, also bei Madrid, also der zweiten Mannschaft dementsprechend dort arbeitet und auch gute Arbeit leisten muss. Die Frage ist halt, was passiert, wenn wirklich sie dann geht, dann könnte er ja logischerweise nachfolgen. Tatsächlich wäre, also auch um ein bisschen mehr eine Perspektive zu entwickeln, wäre es gar nicht verkehrt für Raúl, vielleicht mal eine deutschen Station zu machen. Aber dann weißt du halt auch, selbst wenn das so käme, wäre natürlich eine sexy Lösung auf jeden Fall. Aber wenn das so käme, ist es halt insofern ein bisschen problematisch, weil du schon weißt, wenn dann in zwei, drei Jahren der nächste Trainer bei Real Madrid nicht funktioniert hat und er bei uns einigermaßen funktioniert, wird er halt dorthin gehen. Mal gucken. Ich weiß noch, ganz ehrlich, vor ganz langer Zeit, vor ganz langer Zeit, mal ganz kurz gucken, hatten wir über eine ähnliche Situation mal gesprochen und zwar damals noch mit dem lieben Adler-Blog, mit dem Jesus haben wir darüber gesprochen und zwar ging es damals um Luis Enrique als Trainer. Ja, ich erinnere mich. Ja, und das ist wirklich auch schon eine Weile her. Mal gucken, aber wenn wir überlegen, mittlerweile ist der spanische Nationaltrainer. Also ich glaube, damals war der, wo war der, war der bei Barcelona 2 oder so, als wir darüber nachgedacht haben. Also da war er noch ganz am Anfang, aber das war schon irgendwie eine interessante Option. Und wenn du jetzt siehst, dass er spanischer Nationaltrainer ist, also da waren wir schon auf dem richtigen Weg zumindest. Ja, bei Celta Vigo war er damals. Genau, der war Trainer bei Celta Vigo. Und da haben wir gedacht, okay, das könnte doch was werden. Aber naja, ist nichts geworden, aber darüber könnte man jetzt leider nicht mehr nachdenken. Glaubt ihr wirklich, Raoul? Also es scheint ja verbrieft zu sein, dass sie sich zumindest mit ihm getroffen haben, was ja jetzt, ich sag mal, gut, die haben sich auch mit Rangnick getroffen. Also die sprechen ja mit den Kandidaten oder mit den Interessenten, was ich prinzipiell erstmal gut finde. Aber glaubt ihr wirklich, dass Raoul eine Alternative wäre? Ich meine, der hat zwar für Schalke gespielt und er kennt die Bundesliga, aber ich weiß nicht, irgendwie, also es wäre für mich halt eher wieder so ein Name, aber auch da fehlen mir jetzt irgendwie so die Belege, dass er als Trainer da halt auch wirklich die nächsten Entwicklungsschritt schafft für uns. Ja, das ist bei mir halt auch. Er ist ein großer Name, ist ein großer Fußballer. Was er als Trainer leistet, kann ich null beurteilen. Dafür verfolge ich halt auch einfach die Reserve von Real überhaupt nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da so viel dran ist. Genauso wie an den ganzen anderen gehandelten Personen, wie Klose, Raoul, so, das ist alles so. Also Halbnamen. Ja, fände ich auch tatsächlich nicht so geil, wenn die ihren ersten Trainerversuch bei der Eintracht machen. Also ich würde da gerne, ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber ich hätte da gerne eine seriösere Lösung. Jemand, der Erfahrungen mitbringt, der Teams schon in einer ähnlichen Größenordnung geleitet hat und nicht im U-Bereich und nicht im, ja, nee, das, nee, gefällt mir nicht so. Absolut, da ist Funkel ja quasi wieder zu haben. Stimmt, der ist ja mit, der ist ja mit Paaren 70 auch wieder zurück ins Amt gekommen, weil ihm Corona-Langeweile gekommen ist. Ich dachte ja noch, weil du gesagt hast, erfahren und so weiter, ne? Was macht eigentlich Michael Skibbe? Äh, weiß ich nicht. Das war auch keine ernst gemeinte Frage. Ja, zu spät. Michael Skibbe. Ja, weil habe ich irgendwie auch jetzt, gerade wie die Sache mit Kröschel gelaufen ist, irgendwie habe ich da gerade so ein bisschen Urvertrauen, dass das gut wird. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Situation. Ja, Dennis, hast du denn noch irgendjemanden, bei dem du denkst, ach komm, den will ich nochmal in den Raum werfen oder da könnte ich nochmal drüber nachdenken? Nee, ich muss tatsächlich sagen, bin ich, ich verlasse mich auch drauf, ihr habt schon genau das Richtige jetzt gesagt, die Eintracht macht da eigentlich einen guten Job und hat hier nichts überhastet und ich hoffe auch, da gehe ich voll mit der Alex, ich möchte eigentlich hier nicht als Experiment oder als erste Station für irgendeinen Trainer, ja, sozusagen als Instrument dienen, sondern ich will auch jemanden, der es im Endeffekt schon gezeigt hat, gerne auch in der anderen Liga, gerne auch im Endeffekt, ja, noch nicht so international und so weiter, sondern einfach da einen soliden Job gemacht hat, gut mit Jungen, das ist für mich auch wichtig, dass junge Spieler sich entwickeln können, das ist tatsächlich was, und da habe ich auch das Gefühl, dass die Eintracht speziell nach den letzten Verpflichtungen auch so ein Profil sucht und braucht, dass ein Trainer im Endeffekt ja auch junge Spieler einsetzt, mit denen arbeitet und nicht nur im Endeffekt hier versucht aus einem überalterten Kader dann in Anführungszeichen das Beste noch rauszuholen und ich glaube, wir müssen tatsächlich hier schauen, ja, dass wir auch so ein bisschen als Entwicklungsverein dienen können und das wäre doch super, also wenn du da im Endeffekt jemanden hast, der das im Endeffekt auch schon bei anderen Stationen dann vielleicht sehr gut gezeigt hat, Terzic ist für mich auch eine Personalie, er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall dieses Potenzial rauskitzeln kann und auch in schwierigen Situationen funktioniert, aber muss man gucken, also ich denke, da wird mich bestimmt noch der ein oder andere Trainer im Karussell ja erstmal drehen, bevor wir da so, ein Name, danke Dennis, sehe ich auch so, sorry wollte ich gar nicht unterbrechen, aber ein Name, den wir gerüchtet haben, ist, abgesehen davon, dass die Alex rausgeflogen ist und hoffentlich gleich wieder reinkommt, die dürfte schon wieder da sein, aha, so schnell geht das hier, ja und ein Name, den wir gerüchtet haben, der wird es definitiv nicht und zwar Gerardo Seorano, Gerardo Seorane, wird die Eintracht nicht genau beglücken, sondern wechselt zu Bayer 04 Leverkusen, also der Deal ist gemacht, das heißt, Patrizias Fähigkeiten, Scouting-Fähigkeiten waren offenbar gut, wahrscheinlich haben die hier im Eintracht-Podcast zugehört und haben uns den Menschen davon geschnappt, schade. Also Patrizia ist schuld, haben wir das jetzt offiziell verdient, ja, so, aber schade. Ja, genau, vor fünf, nee, ich habe es jetzt bei Patrick Berger gelesen, aber danke an Jannis, der muss rein, der mir das gerade hat zukommen lassen, während dieser Ausgabe, deswegen habe ich so ein bisschen geholpert, aber wir sind ja hier live und dann kann das mal passieren, aber die Neues-Infuss-Durchkundung. Ja, naja. Genau, ich habe News zu Michael Skipper, das wollte der Alex ja unbedingt wissen. Wow, was ein Switch. Ja, der war jetzt Cheftrainer bei Al Ain in der Saudi-Arabischen Pro League von, haltet euch fest, 17. Oktober bis 28.01. hat in 16 Spielen einen Schnitt von 0,8 Punkte pro Spiel geholt, fünf Niederlagen in Folge und wurde nach drei Monaten wieder entlassen. Also der wäre frei. Das ist genau der seriöse Transfer, von dem ich eben gesprochen habe. Gute Erfahrung, genau. Du willst doch nur wieder irgendwelche lustigen Videos mit ihm aufnehmen, wo wir wieder Tiamomusik drunter legen können. Wir haben da noch was im Giftschrank liegen. Da war ich noch jung. Ja. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Also jetzt ist ein Kandidat raus. Schauen wir mal. Also meine Hoffnung wäre ja tatsächlich da jetzt dann relativ zeitnah, spätestens am 1.6., wenn jetzt Kröscher tatsächlich hier ein Amt und Würden ist, dann da einen Namen zu haben, um dann auch wirklich Vollgas in diese Planung zu gehen. Ich glaube zumindest, dass diese EEM auch spielertechnisch nochmal interessant werden könnte, wo man vielleicht den ein oder anderen nochmal beobachten kann. Aber von daher, da jetzt ein bisschen Klarheit zu schaffen, würde ich mir zumindest wünschen. Allein schon, um meine Motivation für die nächste Saison hochzuhalten. Ja, mal gucken. Also Spieler, ach ja, ich lasse mich überraschen. Die Sache ist, das Geile ist, ja, das will ich jetzt nicht wieder in den Hype reden. Aber die Eintritt ist trotzdem eine gute Nummer. Und das ärgert mich, dass Verantwortliche das nicht sehen, dass Verantwortliche wie Hütter sagen, sie müssen unbedingt nach Gladbach, um den nächsten Schritt zu machen, was ich als hohen empfinde, wenn ich ganz ehrlich bin und dieser Drastik auch vielleicht ausführen muss, dass Bobic, der geht wegen des Geldes dahin, weil er natürlich wirken kann mit sehr, sehr viel finanziellen Möglichkeiten. Berlin ist ja irgendwie auch sein Hometurf, das sei ihm gegönnt. Sie haben es gerade geschafft, die Zweitliga abzuwenden. Gratulation dahin. Der muss da wirklich mit dem Kärcher wahrscheinlich jetzt auch erstmal durch, weil da gibt es wirklich auch viele Restbestände, die sich nicht so gut gehalten haben. Also der hat da viel zu tun. Ist auch geil für ihn, weil es ist ein Projekt, neu aufbauen. Wir alle kennen das. Als wir Kinder waren, haben wir Lego vielleicht auch mal abgebaut und haben sie dann wieder neu aufgebaut. Und genau das ist das, was er jetzt erstmal dort tut. Und er fällt natürlich wesentlich weicher, als es bei der Eintracht der Fall war. Ich ärgere mich trotzdem ein bisschen drüber, weil die Eintracht ist ein geiler Verein. Bobic hat auch die Eintracht zu diesem geilen Verein gemacht. Das muss man ihm lassen. Und das werde ich auch immer gegen andere Leute verteidigen. Auch wenn ich ihn nicht so mega sympathisch fand. Aber er hat dahingehend eine gute Arbeit geleistet. Aber die Eintracht ist trotzdem jetzt auf einem extrem guten Niveau. Und wir haben echt Glück, wenn Ben Manga weiter so gute Transfers macht. Und dann sehe ich auch interessante Perspektiven zumindest für die nächste Saison. Wohin das führt, das können wir erst bei Saisonbeginn bewerten, glaube ich. Damit würde ich sagen, lassen wir es jetzt auch bestehen. Ernst, meine Frage an die Runde. Interessiert noch irgendwen dieses Freiburg-Spiel am Wochenende? Oder guckt ihr lieber hier Abstiegskampf? Abstiegskampf mega spannend. Titelrennen in der zweiten Liga mega spannend. Freiburg-Spiel, China-Sack-Reis. Marvin auch Reis? Eine treffendste Zusammenfassung von Alex. Prima gemacht. Dem schließe ich mich nur an. Wenn ich sehen will, wie der Abstiegskampf läuft, dann finde ich das alles viel spannender. Und ich bin froh, dass wir nicht dabei sind tatsächlich. Ich werde mit Sicherheit nicht die Einzelspieloption anmachen. Was ist denn das? Auf gar keinen Fall. Ich will sehen, was da unten passiert. Will mitfiebern. Ich weiß auch gar nicht, für wen ich gerade fiebern soll. Ganz ehrlich, wir haben ja letztens drüber, Alex hat es ja erwähnt, hat jetzt Kohfeldt in ihrer sinistren Art und Weise hier überhaupt hineingerüchtet. Ganz ehrlich, ich hätte es ganz gern gehabt, wenn die jetzt nicht abgestiegen wären und auch mit ihm nicht abgestiegen wären. Ich finde Kontinuität, auch wenn ich ihn nicht mag, aber das hätte ich schon irgendwie cool gefunden, wenn es irgendwie belohnt geworden wäre, dass man an ihm festgehalten hat. Jetzt haben sie nicht an ihm festgehalten, jetzt ist der Retter Schaf da. Ich glaube, der hilft denen auch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich will da unten. Ich will auch nicht, dass Köln absteigt. Ich bin auch noch nicht mal kein großartiger Fan davon, dass Kiel wahrscheinlich aufsteigt. Also es ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall spannend. Da spielt die Musik und nicht in Freiburg. Was auch immer ganz gut ist fürs Gemüt, wenn ich mich so sehr darüber aufrege, dass wir die Champions League verkackt haben, gucke ich einfach in die zweite Liga, gucke mir den HSV an und denke mir, ach, könnte schlimmer sein. Es könnte ein Fanherz schlimmer treffen. Ja, das ist tatsächlich auch so eine bittere Nummer. Marvin kann sich nicht so wirklich entscheiden. Alex, was wären denn deine drei Abstiegskandidaten von denen, die da unten noch so unterwegs sind? Das ist ein bisschen schwierig, weil es ja auch so ein bisschen darum geht, wie interessant die Bundesliga nächstes Jahr wird. Also will ich nächstes Jahr Kiel gegen Augsburg und anschließend Hoffenheim gegen Leverkusen und so gucken? Das ist ja schon, also das kann ja schon ekelhaft werden. Und deswegen... An Augsburg, Hoffenheim und Co. kannst du nur nicht viel ändern, ne? Nö. Ja, genau. Und Leverkusen. Das ist richtig. Also von daher ist alles, was in der Abstiegsverlosung ist, tut, glaube ich, der Bundesliga nicht gut. Alles, was in der zweiten Liga in der Aufstiegsverlosung ist, naja, nicht ganz. Also, ja, aber ob Kiel jetzt zwingend aufsteigen muss, macht jetzt die Bundesliga auch nicht attraktiver, ne? Von daher, ich glaube, Köln würde ich es am ehesten gönnen, in der Liga zu bleiben, weil ich es bei denen fast am aussichtslosesten sehe. Das ist zumindest hart, ja. Ja, genau. Und ansonsten glaube ich halt, dass Bielefeld-Bremen die Relegation unter sich ausmachen und Köln der direkte Absteiger. Köln halt mit Schalke eigentlich noch den am einfachsten Gegner hat. Ja, Schalke hat einen Aufbaugegner gehabt letzte Woche. Ja, aber sagen wir mal so, Bremen spielt halt gegen Gladbach. Gladbach will halt, ich weiß nicht, ist die Frage, will Gladbach hier? Konfett. Konfett Cup? Conference League, ja oder nein? Conference League, ja. Stuttgart spielt gegen Bielefeld, die wollen vielleicht auch noch da irgendwie hin. Wir spielen ja gegen Freiburg, die rein rechnerisch ja auch noch eine Möglichkeit haben, je nachdem wie die anderen drei Partien ausgehen, da oben rein zu rutschen. Deswegen sagte ich ja vorhin auch keine Wettbewerbsverzerrung. Also von denen, die da unten halt irgendwie unterwegs sind, hat halt Köln mit Schalke zwar den Gegner, die jetzt am Wochenende halt ein Positiverlebnis hatten, aber für die es halt auch am Ende genauso um den Sack Greis geht. Also es könnte halt schon noch so ein bisschen Vorteil sein, wobei man auch sagen muss, Köln hat jetzt auch irgendwie im letzten Spiel nicht so unbedingt overperformed. Also hast du jetzt auch nicht so unbedingt gemerkt, dass die jetzt so krass viel wollen. Ja, aber da gab es auch gute Spiele auch in der Vogel. Es ist extrem eng, wenn ich mir das angucke. Theoretisch könnte man ja auch sagen, das will Stuttgart vielleicht noch in die Verlangen der Europa League einziehen, äh Conference League. Wollen die das? Es ist interessant, sie haben es schon mal, äh, sie haben schon mal da mit so ein bisschen kokettiert und dann ist das alles nach hinten losgegangen. Ja, das ist richtig. Also eine schwierige Situation, Bielefeld, ähm, ich glaube gegen Bielefeld sah ja Stuttgart auch in der Hinrunde schlecht aus. Ich glaube, die haben auf der Alm, hat Stuttgart damals ordentlich einen auf den Latz bekommen. Also das heißt vielleicht so ein bisschen Angstgegner. Ja, Bremen ist natürlich schon eine krasse Kiste gegen, ja, hat vielleicht sogar echt das Beste los gegen ein verunsichertes Quatschklattbach mittlerweile, ja. Scharf, keine Ahnung, ob er jetzt den Guru spielen kann, ähm, und in Köln, ja, für mich mit dem, ja, leichtesten Programm auf der einen Seite, aber du weißt ja auch nicht genau, äh, spielt sich Schalke, spielt sich die Schalke-Jugend jetzt hier komplett frei. Und dann wird es ein bitteres Ergebnis. Im Endeffekt sind halt zwei absolute Traditionsfragen. Stell dir mal vor, wirklich Werder auch auf 16, 17 und Köln, mit Köln und Schalke direkt Abstieg. Wow, das ist schon eine krasse Angelegenheit. Und auf der Zweitliga, ihr habt es ja gerade gesagt, gut, alter, ganz ehrlich, die Zweitliga-Aufsteiger bis auf Bochum. Ja, Leute, für alle Leute, die jetzt hier aus Kiel zuhören und jetzt irgendwie großartige Kiel-Fan sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Aber ey, ich bin jetzt nicht euer Fanboy, aber das geht noch, also Kiel nehme ich noch, aber fucking führt, ey. Ja, aber es wird schon fast spannender im nächsten Jahr, allein von den potenziellen Namen, wenn du jetzt wirklich sagst, Köln und Schalke gehen da runter, dann wird es halt allein von den Namen her schon fast interessanter, im nächsten Jahr die zweite Liga zu gucken. Wenn du dann überlegen würdest, du hast da Köln, du hast Schalke, du hast Düsseldorf, du hast den HSV, du hast Karlsruhe, du hast Pauli, Hannover, Nürnberg. Also von den Namen her macht es fast die zweite Liga mehr Sinn, im nächsten Jahr zu gucken, als die erste Liga. Ja, aber das ist schon krass, ne? Also wenn du einfach mal die Vereine der ersten und zweiten Liga vergleichst mit von vor zehn Jahren, das ist schon hart. Ja, das ist krass, das ist echt krass, ja. Das ist krass. Und daran erkennst du natürlich auch einen Trend von Traditionsvereinen, die leider keine sinnvolle Wirtschaft auch hat. Bei allem Respekt, was man halt sagen muss, okay, dass andere gut gewirtschaftet haben, dass es gut funktioniert hat, wie beispielsweise Gladbach, die aus ihren Lehren, die sie damals auch ziehen mussten, dann dementsprechend wirklich auch was gelernt haben. Aber du siehst halt nur ein Konstrukt wie Leipzig und auch wenn wir es scheiße finden. Leipzig hat eine enge Struktur, die haben einen klaren Plan gehabt und nicht nur die, sondern auch Wolfsburg hat einen relativ klaren Plan. Die hatten dummerweise halt auch extrem viel Geld. Aber auch Leverkusen hat eigentlich seit Jahren einigermaßen Plan, auch andere Vereine, die wissen, wie sie aufbauen müssen und wissen auch einigermaßen, was sie mit ihrem Geld machen. Und dann siehst du halt echt Vereine wie der HSV, der immer gedacht hat, der ist ein mega Erstligist und die dümpeln jetzt in der nächsten Saison erneut in der zweiten Liga. Das ist ein Knacker für die. Vielleicht müssen die langsam auch und ich hasse es, weil ich würde den HSV viel lieber in der ersten Liga sehen. Aber die müssen vielleicht wirklich realisieren, scheiße, also nicht die, die Fans wissen es schon lang, aber die Verantwortlichen müssen, scheiße, wir sind nur noch ein Zweitligist. Und nur noch ein Zweitligist zu sein, wie gerade Nürnberg, erinnert euch, das letzte Aufbegehren der Nürnberger war die Relegation, wo wir sie geschlagen haben. Danach sind die nie weiter so nah rangekommen. Guckt ihr an Hannover 96, Tabellenplatz 11 jetzt gerade. Das ist schon extrem bitter und natürlich ist es attraktiv, aber was da rumfleucht, ist auch eine spielerische Mangelhaftigkeit. Ich habe mir die Spiele des HSV angesehen. Bei allem Respekt, da ist nicht wirklich viel, da ist nicht hundertprozentig viel da und die haben schon relativ viel Gutes gemacht, dass sie gesagt haben, wir gehen eher auf Zweitligaspieler. Wir spielen einen anderen Spielstil. Oder wenn ich mir an Hannover 96 angeguckt habe, das ist spielerisch echt mau. Es gibt immer wieder Ausreißer nach oben beim HSV natürlich auf jeden Fall. Auch Leute, die vielleicht in der ersten Liga irgendwie Platz finden könnten, aber an sich, das ist schon echt bitter. Und denen schwimmt wirklich die Zeit jetzt langsam weg. Und dann siehst du die Traditionsvereine, das bringt nichts, wenn du dein Name bist und halt keine Struktur dahinter hast. Und dann machen die halt alle anderen, die eine Struktur haben, die machen die die Nase breit. Ja. Also wird spannend. Also Samstag, Erstliga-Konferenz gucken, Abstiegskampf. Sonntag, Zweitliga-Konferenz, dann gucken, Aufstiegskampf. Und dann ist die Saison erstmal rum. Dann können wir uns auf die EM vorbereiten. Ole, ole. Aber Dennis, wer sollte für dich drin bleiben? Also ich muss tatsächlich, ich habe das schon wunderbar zusammengefasst. Also Köln wäre geil und ich glaube auch tatsächlich, dass Bremen die schlechtesten Karten hat, weil die einfach einen totalen Abwärtstrend haben. Mit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Einen Unentschieden nur drin. Da haben wenigstens die anderen, du hast es richtig gesagt, Köln hatte schon auch zwei Siege nochmal drin. Auch gegen Leipzig und Augsburg. Also ein Unentschieden. Das ist im Endeffekt, spricht viel dafür, Bielefeld auch schwierig zu bespielen. Ich glaube tatsächlich, dass die Bremer direkt runtergehen. Ja, es macht natürlich Sinn. Und dann wahrscheinlich Köln im Endeffekt dann Relegation. Und ihr habt es schon richtig gesagt, also ich will auch lieber Köln dann sehen. Auf jeden, ey. Statt Kiel, Fürth, brauche ich eigentlich, also da würde ich lieber wirklich die Kölner sehen. Also ich bin vollkommen bei dir, ganz ehrlich, wenn Köln gegen Fürth in der Relegation, du hast vollkommen recht, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Weil natürlich ist es so, dass Köln halt, guck mal, die haben gegen RB gewonnen. Die haben gegen Augsburg gewonnen. Natürlich jetzt dann die Niederlage gegen hier Freiburg, okay. Aber das Unentschieden gegen die Hertha kann man auch so einen Punkt gewonnen. Kann man auch so sagen, sage ich mal. Während du halt wirklich, während bei Werder Bremen wirklich der Zeiger unfassbar nach unten geht eigentlich. Und erneut, auch krass, wie schlecht die erneute Saison der Bremer ist. Das ist ja kein Einzelfall. Letzte Saison hatten wir es ja genauso. Letzte Saison auch Relegation. Genau. Also das ist schon richtig desaströs. Und ja, du hast recht, vielleicht schaffen es ja noch die Kölner. Und dann bin ich auf jeden Fall auf der Seite der Kölner, auch wenn die nächste Saison komplett aufräumen müssen. Aber wenn ich mich entscheiden kann, ob Köln oder Fürth, dann ist mir klar, dass sie über zehn Kölner hier angedrückt bekommen. Ja, allein schon aus reinem Eigennutz, wenn man sich wirklich überlegt, nächste Saison wieder Stadionbesuche, Auswärtsfahrt nach Köln. Macht auf jeden Fall mehr Bock, als eine Auswärtsfahrt nach Fürth. Fürth war meine erste Auswärtsfahrt nach unserem letzten Abstieg. Oha. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Nein, das war nur, ich wollte Informationen, Fakten dem Podcast hier eintragen. Achso, ja, okay. Nee, ich mache dann lieber Auswärtsfahrt nach Köln und auf jeden Fall dann Auswärtsfahrt nach Bochum, bitte. Das hätte ich auch gerne. Also wenn ich mir zwei Tickets Auswärtsfahrten ziehen könnte, dann wären das die zwei. Na, da hoffe ich doch lieber mal, dass wir europäisch ein bisschen rumgurken und dann ist alles gut. Ja, okay, ich korrigiere, wenn ich mir... Ich glaube, der René hat gerade seine S-Bahn-Ziele aufgeführt. Das stimmt, ja. Köln könnte ich sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Preisklasse 1, genau. Innerer Ring, Innenstadt Ring. Ja, kurz Frecke. Also Köln ist halt ernsthaft nicht weit, das kann ich mit dem Fahrrad machen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Bochum wäre schon ein bisschen schwieriger. Ja, aber... Mit einem schönen E-Bike machst du schon. E-Bike wäre das... E-Bike wäre das... Mit so einem Leimroller irgendwie 48 mal nachladen. Alter, Leimroller sofort... Oh, tschau, ey. Du musst auf jeden Fall einen geilen Tier nehmen und dann bist du richtig unterwegs, ey. Schönen geilen Tier nehmen, musst voll 20 Kilometer fahren und dann musst du irgendwie sehen, dass du nochmal umsteigst zwischendrin. Und zum Glück ist es in Nordrhein-Westfalen so dicht besiedelt, da kannst du wahrscheinlich schnell tauschen. Ich kann hier den Nachbarn fragen, der hat hier so einen 50er Zünderabmover. Da kann ich hier noch hier Roadtrip machen. Das wäre eine geile Nummer. Bitte begleite es mit einer Kamera und stelle es online. Ich folge dir. Ja, kriegen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, schauen wir mal. So, gut. Das heißt, wir blenden jetzt das Freiburg-Spiel komplett aus. Tippen lassen wir auch. Dafür haben wir uns jetzt ein bisschen noch über Abstiegskampf, Aufstiegskampf. Etc. Unterhalten. Aber wir haben hier Empfehlungen. Und da muss ich ja einmal gerade den Jingle raussuchen. Der ist da. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und allen voran Frau Alex, die hat ja nämlich schon fleißig, wie sie ist, eine Empfehlung eingetragen. Jawohl, ja. Und zwar wollte ich euer Ohrenmerk auf einen mittlerweile gar nicht mehr ganz so neuen Podcast lenken. Und zwar den Kick und Blush. ist so ein Podcast. 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 The Lipstick-Crew. Mädels, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, die Präsenz von Frauen im Fußball, in egal welcher Funktion, Position, was auch immer, alltäglicher werden zu lassen. Und das ohne blöde Sprüche einhergehend oder sonst irgendwie verwerflich sein zu wollen. Genau. Die sich dafür ein bisschen einsetzen. Die haben jetzt einen Podcast rausgebracht. Sind mittlerweile bei Folge 4. Genau. Ja. Hört rein. Lasst ein Like und ein Abonnement da. Sehr schön. Und ja, verbreitet's. Ist auf jeden Fall hörenswert. Die haben auch immer mal wieder einen Gast da aus unterschiedlichen Bereichen. Hatten jetzt eine Schiedsrichterin schon da gehabt. Eine Jugendspielerin, die ihre Karriere schon mit 19 beenden musste. Ja. Ist auf jeden Fall ganz nice zu hören. Ja. Ist ja dann jetzt, wenn hier Bundesliga-Saison rum ist und ihr euch nicht so sehr in den EM-Hype stürzen wollt, aber trotzdem dem Fußball-Thema treu bleiben wollt, dann setzt euch da vielleicht mit dem Thema Frauen im Fußball auseinander. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir verlinken euch das dann unter eintracht-podcast.de. Haben wir noch weitere Sachen, die wir verlinken können? Marvin, Dennis. Jo, ich hätte noch eine. Habe ich gar nicht reingeschrieben, ne? Dann Attacke. Ist mir eigentlich gerade nur so eingefallen, wie ich so ein bisschen darüber gesprochen habe, was die Lipstick-Crew macht. Und zwar gab es eine Kampagne von weiblichen Fußballfans in England rund um das FA Cup-Finale. Die haben ein Video produziert, was auf Twitter unter dem Handel HerGame2 oder auch unter dem Hashtag HerGame2 zu finden ist. Ich kann das aber mal hier in unser Dokument eintragen. Dann kann der René das auch in die Shownotes hauen. Walsch. Ja, da geht es auch genau um das Thema, dass Frauen ihre Daseinsberechtigung im Fußball haben, beziehungsweise dass es eigentlich Bums sein muss, ob du jetzt ein weibliches Geschlecht oder ein männliches Geschlecht hast. Wenn du Bock auf Fußball hast, dann ist das halt einfach so. Fertig. Korrekt. Und an dieser Stelle auch nochmal angemerkt, beim Herren-Pokalfinale hatte die Eintracht keinerlei Beteiligung. Beim Damen-Pokalfinale hat sie das sehr wohl. Das findet am 30.05. statt und wie wir in der Pre-Show nachgeschaut haben, wird das sogar in der ARD übertragen. Also von daher, könnt ihr da nochmal Pokalfinale mit Eintracht-Beteiligung gucken? Ja, muss man eigentlich sogar. Also ich meine, Sonntag 16 Uhr, wer hat ein besseres Toon über die Hand? Ich glaube nicht, solange hier noch nicht der Corona-Lockdown komplett aufgehoben wurde, machen wir nicht großartig viel anders. Und außerdem sehen wir ja, dass das Wetter überhaupt nicht mitspielt. Dass wenn ich in fünf Minuten mal rauslaufen will, es immer sofort anfängt zu regnen. Du sollst ja nicht rauslaufen, du sollst gut bleiben, Mensch. Ja, ja, Wetter-Lockdown. Ich befinde mich im Wetter-Lockdown hier in Frankfurt. Also insofern, nee, geil. Und wie gesagt, ist auch Eintracht, müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Und einen Pokal nach Frankfurt zu holen, ist ja mega. Ich weiß noch, als der FFC damals die Champions League geholt hat, da saß ich auch am Fernseher und habe gefeiert, weil es einfach eine richtig geile Angelegenheit war. Das muss man sich mal vorstellen. Die Champions League, das war so der letzte richtig große Aufgesang des FFC. Also insofern, wenn die Eintracht-Frauen jetzt hier den nationalen Pokal holen können, wäre das auch eine absolut geile Angelegenheit. Ich werde auf jeden Fall dabei. Vielleicht machen wir hier auch nochmal was Kleines. Ja. Muss man mal gucken. Und Eintracht und Pokale haben wir ja schon, kennen wir aus eigener Erfahrung. Das geht. Da ist was drin. Das ist was Feines, ja. Gut, Marvin, du hast auch noch hier Dinge ergänzt, habe ich gerade gehört. Ja, genau. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen. Ich mache ja mittlerweile auch im Heilverspeckenen Social-Media-Podcast, wo wir uns den großen und kleineren Themen annehmen. Also jetzt die aktuell noch aktuelle Ausgabe ist eine, da geht es ein bisschen um Impfneid und Impfpass-Selfies, aber im Endeffekt geht es halt um die grundsätzlich großen Debatten im Internet, im Internet genau, und wie wir die moderieren, beziehungsweise wie eine Moderation stattfinden kann. Was vielleicht auch mal gelöscht werden muss. Und ja, also da geht es ein bisschen darum, wie es für Social-Media-Manager ist gerade in extrem schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so mitbekommt. Und das wird die nächste Folge sein, also die wir dann am Samstag oder Freitag-Samstag veröffentlichen werden, wo wir uns dann hauptsächlich auch darum kümmern, wie momentan mit Themenanfragen umgegangen wird, die an uns herangetragen werden. Weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, warum berichtet ihr nicht über das? Warum berichtet ihr nicht hierüber? Und so ein bisschen das Innenleben auch noch mal zu skizzieren und gleichzeitig irgendwie mal aufzuzeigen, wie schwierig gerade diese extrem aufgehendste Social-Media-Debatte überhaupt ist. Also sei es bei Twitter, bei Facebook auch krass. Aber Facebook natürlich eher so eine andere Alterssparte. Aber wir sehen das gerade bei Instagram. Twitter ist momentan echt absurd. Natürlich, der Nahostkonflikt spielt da natürlich noch mal ganz viel mit rein, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, er muss sich irgendwie positionieren. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr euch nicht positionieren könnt, ihr müsst es nicht. Es ist eine Ordnung. So viele Leute, die jahrelang Bücher gelesen haben und immer noch nicht genau wissen, was jetzt genau, wie sie sich positionieren sollten. Ihr müsst nicht positionieren, informieren reicht. Aber viele Leute werden mittlerweile angehalten und fühlen sich genötigt. Und ich glaube, da muss man auch einen Schritt zurückgehen. Und das wollen wir dann bei der nächsten Folge mal so ein bisschen erläutern, wie es auch für Journalisten und Journalisten ist, die immer wieder damit konfrontiert werden, auch Haltung zu beziehen. Aber tatsächlich, wenn ich einen Bericht schreibe, muss ich nicht immer eine Haltung dazu beziehen. Das ist ja tatsächlich auch was ganz, ganz anderes tatsächlich. Weil es muss neutral sein. Also insofern, ihr merkt, ein größeres Thema, das ist das eine. Ist aber ein spannendes Thema. Und ich finde das gar nicht so eingeschränkt auf Social Media. Also das ist was, was mir in den letzten Monaten auch im privaten Umfeld immer wieder begegnet, dass du auf einmal Diskussionen hast, wo du, wenn du eine Position hast, die konträr der Gruppenmeinung ist, in der du dich gerade befindest, das fast schon ein No-Go ist. Das sind ganz komische Diskussionen. Wenn es um Impfen geht, hatte ich gerade am Wochenende eine Diskussion. Ich kenne auch jemanden, der sich nicht impfen lassen möchte. So what? Ist jedem seine eigene Entscheidung. Ich habe eine Position dazu, aber das ist meine Meinung. Und die ist mir zugewiesen. Aber deswegen kann ich andere Leute nicht verurteilen. Und da gibt es tatsächlich, oder gab es dann tatsächlich eine Diskussion, wo dann einfach gesagt wurde, weil du dich nicht impfen lässt, für dich müssen sich die anderen mitimpfen lassen. Also ich kann doch so jemandem keine Schuld einreden. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele. Wie gesagt, mir fällt es nicht nur auf Social Media um, sondern ich denke, das ist momentan ein gesellschaftliches Problem, wie Konflikte ausgetragen werden. Und wie krass einfach Meinungen vorausgesetzt werden. Was bin ich bei dir? Da würde ich mich ganz kurz noch beeindrucken. Finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Bin ich vollkommen bei dir. Das ist natürlich, also wir reden gerade über Social Media. Natürlich machen wir Social Media Podcasts, deswegen rede ich über Social Media. Aber es ist natürlich auch ein Spiegelbild der generellen Situation gerade. Und wo sich auch natürlich viel mehr gerade auf Social Media verlagert, weil die meisten Leute zusammenhängen. Und irgendwo halt dort debattieren, weil sie sich im realen Leben nicht mehr sehen können. Und ich wollte gerade sagen, du hast doch überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie einen Diskurs zu führen. Du bist doch quasi die ganze Zeit nur in deinem eigenen Bereich. Und du hast ja eigentlich auch kaum Widerspruch in den letzten Monaten irgendwie erlebt, weil du ja keine Menschen hast, mit denen du über irgendwas diskutieren kannst. Ja. Da verlernst du natürlich auch diese Diskursfähigkeit und dieses, okay, da hat jemand halt einfach eine andere Meinung auch so ein Stück weit. Ja, wir halten halt weniger aus. Und trotzdem ist es wichtig, ich meine, Alex, du hast gerade gesagt, ganz ehrlich, ich bin, ich finde es total geil, dass wir innerhalb so kurzer Zeit einen Impfstoff haben und uns dementsprechend impfen lassen können. Also ich mache das und ich finde es super. Und da, weil das ist ein Schritt für die Öffnung und so weiter und so fort. Ich habe da noch Vertrauen, bin kein Experte. Dementsprechend habe ich immer aber extrem viel durchgelesen, um diese Meinung zu untermauern. Aber wenn Leute halt sagen, sie wollen das nicht. Es gibt halt immer noch keine Impfpflicht in Deutschland. Das ist auch gut so. Ich bin auch ein Freund davon, dass es keine Impfpflicht gibt. Ja, wo ich dann sage, das muss auch so bleiben, weil auf der einen Seite den Querdenkern überhaupt gar keine Möglichkeit geben, hier sich breit zu machen, sondern es bleibt keine Impfpflicht. Das heißt nur, wenn du halt sagst, du lässt dich nicht impfen, das ist in Ordnung, das haben wir schon immer so gehabt. Es wäre cool, wenn du es machen lassen würdest, weil dann könnten wir den Weg zur Immunität, zur Herdenimmunität schnell erreichen. So machen wir es halt ohne dich. Das heißt natürlich aber auch gleichzeitig, dass du dann, wenn es gewisse Öffnungsschritte gibt, dass du die halt nicht ohne Weiteres mitgehen kannst oder dich halt dementsprechend testen lassen musst. Muss dich halt testen lassen. Wenn der A sagt, muss er halt B sagen. Dann ist es aber auch okay. Das muss er halt aber akzeptieren. Er muss halt in diesem Gemeinschaftsgame halt mitmachen. Aber dann bringt es auch nichts zu sagen, aber du musst, aber du musst. Dadurch kann ich ihn ja auch nicht überzeugen. Vielleicht überzeuge ich den vielleicht durch irgendwas anderes oder ich lasse es halt sein. Aber es muss doch auch einfach mal okay sein, für jemanden zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Es werden momentan, es wird so viel informiert über diesen Impfstoff. Ich kann verstehen, dass Leute verunsichert sind. Ich informiere mich in Teilen darüber, aber ich will gar nicht alles darüber wissen. Wenn ich einen Schnupfen habe und zum Arzt gehe und der sagt, da ist Entzündung hinten in der Nase, hier ist Antibiotika, gehe ich mit meinem Rezept in die Apotheke, hole was auch immer an unaussprechbarem Wort da draufsteht und nehme das. Habe ich noch nie im Internet mich darüber informiert, wie lange das getestet wurde, wie viele Nebenwirkungen aufgetreten sind, bei welchen Personen. Mach ich nie. Und jetzt soll ich das auf einmal bei dem Impfstoff machen und wenn andere Leute sich dadurch verunsichern lassen oder kein Vertrauen daran haben, dann muss das doch okay sein. Deswegen sind es doch keine Querdenker. Ja, es kommt darauf an, je nachdem, wenn sie dann Sachen propagieren, dann muss man sagen, dann geht es halt schon wieder in die andere Richtung. Genau. Oder wenn sie mich davon bekehren wollen, auf gar keinen Fall diesen Impfstoff nicht zu machen. Genau, aber wenn sie einfach sagen, sie wollen das nicht, dann ist das doch dein Ding. Und es ist doch für mich okay, einfach zu sagen, ich möchte mich impfen lassen und genauso muss es doch okay sein, für jemand anderen zu sagen, nee, mach ich nicht. Genau. Aber da ... Das ist ja genau das Ding. Aber da gibt es halt die Funktion, da gibt es halt die Funktion beispielsweise, dass man beispielsweise in den Medien halt umfassend informieren muss. Und du hast ja eben schon angesprochen, das große Problem, was zwischenzeitlich gemacht wurde, was die Bundesregierung gnadenlos versemmelt hat, das kann man auch mal so klarstellen, ist die Kommunikation bezüglich AstraZeneca, die war desaströs. Das haben sie überhaupt nicht hinbekommen, dass einige Leute, die skeptisch waren, dann noch skeptischer bezüglich des Impfstoffs wurden. Also da ist auch da einfach viel falsch gelaufen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass Information das so hinreichend, wie möglich informiert wird. Und wenn nach hinreichender Information das gewissen Leuten halt nicht reicht, dann ist es okay. Aber ich baue auf das Vertrauen der ganz vielen Leute, die da trotzdem sagen, sie machen es. Weil ganz ehrlich, Alex, du hast ja eben gesagt, ich gucke nicht immer, was da in diesem Medikament ist, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann vertraue ich auf Apotheker, Apothekerin. Oder wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich damals, als ich in die Dominikanische Republik Dennis mit Manu gefahren bin, irgendwie als ich 16 war oder so. Ja, ja, klar. Und da haben wir eine Hepatitis-Impfung, da lag ich halt mal eine Woche flach. Komplett schau gewesen. Ja, das ist halt so. Macht man sich halt auch keine Gedanken. Ja, vor allen Dingen, weißt du, welche unterschiedlichen Hepatitis-Impfstoffe es gibt? Keine Ahnung, echt. Äh, genau. Hat sich keine Sau drüber Gedanke gemacht. Wirksamkeit keine Ahnung. Keine Ahnung. Die ganzen Frauen, die jetzt sagen so, ah nee, hier Thrombose-Gefahr und so bei AstraZeneca. Alter, Frauen, die seit 30 Jahren rauchen und die Pille nehmen, kommen mir jetzt, sie nehmen diesen Impfstoff nicht wegen Thrombose-Gefahr. Also was sind das denn teilweise für Argumente? Ja, aber auch das, wenn du genauso sagst, Leute lassen sich halt, wollen sich nicht impfen lassen, weil sie Angst haben vor den Nebenwirkungen, musst du ihnen auch zugestehen, dass sie sagen so, okay, das ist mir jetzt eine Nummer zu viel. Also auch da wieder Teil des Gemeinschafts-Games, wie Marvin das genannt hat. Da hat jeder seine eigene Meinung. Da kann man drüber diskutieren und sagen, ich habe da eine andere Einstellung, die ist folgende. Aber wenn derjenige dann dabei bleibt, so be it. Ja. Und wir kamen von dem Punkt, dass der Marvin diesen großartigen im Haifischbecken-Podcast macht, den ich an dieser Stelle nochmal sehr loben möchte. Ich habe bislang jede Folge gehört und freue mich auf die nächste. Aber er hat noch eine weitere Empfehlung hier eingetragen, hier mit der Struktur reinzubringen. Genau, weg von dem harten Talk, liebe Leute, da kann jeder eine eigene Meinung haben. Ich glaube, wir haben sie jetzt nochmal klar geschaltet. Und das ist auch, wie gesagt, jeder, ich finde, nochmal ganz kurz, muss ich nochmal ganz kurz loswerden. Ich finde, was Alex sagt, dass man unter sich dann spricht und dann einfach einen normalen, vernünftigen Diskurs hinbekommt, wenn man sich auch schon jahrelang kennt, dass man das nicht alles daran zerbrechen lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, weil wir haben immer wieder unterschiedliche Themen. Wir werden in den nächsten 20, 30 Jahren immer weiter unterschiedliche Themen haben. Die Bundestagswahl kommt, da werden wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Wenn wir uns aber darauf verständigen können, dass wir dem Gegenüber einen Respekt entgegenbringen und seine andere Meinung wertschätzen und das vielleicht in der Sachlichkeit tun, dann kommen wir weiter zueinander. Das muss ganz, ganz wichtig sein. Jeder hat unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, aber bleibt sachlich und verliert eure Freunde, wenn es geht, nicht deswegen. Das ist mir noch wichtig, weil ich glaube, mit Empathie holt man dann viel mehr Leute ab. Und wenn du beispielsweise dich hast impfen lassen, Alex, und dann siehst du, ja gut, das ist doch gar nicht so schlimm. Okay, also anscheinend hat es ja, ja keine Ahnung, es ist ja nur jemand, der irgendwie Bedenken hat und dann sieht es, es läuft, vielleicht sagt er, ach komm, wie war es denn bei dir? Naja, war nicht so schlimm. Na gut, das lass ich vielleicht doch machen. Da überzeugst du Leute vielleicht viel mehr, als mit einem Draufhauen und so weiter und so fort. Also wir müssen Wege finden, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich will jetzt hier kein Preacher werden, aber mir geht es darum, dass wir am Ende des Tages uns alle in die Augen gucken können. Das wollte ich nur sagen. Und wenn ihr euch gemeinsam in die Augen gucken wollt und danach weggucken wollt, dann könnt ihr mal die wunderbaren Staffeln, die verschiedenen Staffeln Dark Side of the Ring euch angucken. Ihr wisst ja, wir haben ja auch einen Wrestling-Podcast und hier geht es darum, also Dark Side of the Ring ist von Vice TV und für alle, die Wrestling geil finden oder für Leute, die nicht mit viel Wrestling anfangen können, ist scheißegal, weil das einfach extrem interessant ist. Da werden diese dunkleren Seiten, die hintergründigen Seiten des Wrestlings beleuchtet mit Personen, die der eine oder andere vielleicht auch kennt, Macho Man wurde mal thematisiert, es wurde großartig mal über Bret Hart gesprochen und so weiter und so fort. So die düsteren Sachen des Wrestlings ein bisschen behandelt. Herausragende Dokus, auch für Nicht-Wrestling-Fans. Meine Freundin hat es auch gefeiert, obwohl sie kein Wrestling-Fan ist. Da sind aber, wenn ich das richtig sehe, nicht alle Folgen frei zugänglich, oder? Ich habe dir nur mal den Link reingehauen, von der Übersicht zu folgen. Die müsst ihr euch, weil es die in Deutschland gar nicht so ganz, ganz legal gibt, müsst ihr einfach mal, jetzt sage ich, ihr müsst einfach bei Dailymotion Darkseid of the Ring eingeben, dann werdet ihr geholfen. Okay. Es gibt keine andere Möglichkeit, ich würde alles gerne kaufen, aber es geht ja nicht. Ja, okay, verstehe. Ja, ein paar Folgen sind aber da, die kann man sich da angucken, und wenn man dann angefixt ist, dann, äh, mich hast du gerade eben gekriegt, als du gesagt hast, Macho Man. Ja. Da muss ich, das muss ich mir mal angucken. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, der Dennis hat ja auch noch was, äh, eingetragen, und er möchte uns, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in dieses, äh, Corona-Thema zurückbringen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, auf eine spielerische Art und Weise, oder? Eigentlich, eigentlich gar nicht, ja, klar, genau, also eher als wirklich mal in Spannung, wieder mal ein bisschen Zeit verbringen, ist ja immer noch, leider, leider, sehr kontaktbeschränkt, alles, deshalb, äh, Escape Games, wer das gerne macht, äh, gibt's ja, gab's ja jetzt die ganze Zeit, die letzten Monate immer wieder Online-Versionen, jetzt gibt's eins, was sich speziell mit dem Thema Escape Covid-19, äh, befasst, ähm, ja, gibt's momentan kostenlos, ähm, ist mit Multiplayern zu spielen, ich will gar nicht zu viel über die Storyline erzählen, äh, guckt's euch am besten mal über die, in den Shownotes den Link an, äh, kann kostenlos, kostet sonst 25 Euro, wird aktuell, weiß gar nicht von wem, gefördert, oder, äh, ja, ist aufgrund irgendeiner Aktion jetzt mal eine gewisse Zeit, äh, kostenfrei zur Verfügung, ihr könnt's mit bis zu sechs Leuten spielen, und, ähm, ich selbst hab's tatsächlich noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen, zu spielen, hab's aber von einem Kollegen empfohlen bekommen, und der war ganz begeistert, dementsprechend, äh, ja, schaut mal rein, und vielleicht ist ja auch was für euch. Angeblich so eineinhalb bis zwei Stunden ist man beschäftigt, und kann mal wieder ein Gruppenerlebnis begehen. Ja. Sehr schön. Und wer keinen Bock auf Online-Escape-Games hat, dem kann ich auch noch was empfehlen, und zwar, äh, für, wenn ihr mit Kindern, äh, zu Hause seid, es gibt wunderbare Escape-Game-Bücher für Kinder tatsächlich, sowohl von Cosmos als auch von die Escape-Game. die sind echt spannend, das hat quasi wie hier drei Fragezeichen TKG-Geschichte als Buch, und du hast halt quasi die Rätsel zwischendrin, die du lösen musst, und je nachdem, ob du das Rätsel halt eben löst, oder teilweise gibt's auch unterschiedliche Ergebnisse, kommst du dann geleitet auf eine andere Seite im Buch, und dann entwickelt sich die Geschichte halt anders. Ähm, macht total großen Spaß, sind teilweise echt knifflige Rätsel dabei, ich hab, mit meinem Sohn haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten vier Wochen bestimmt acht oder neun von den Dingern durchgemacht, also die sind echt fesselnd, also wenn ihr mit Kindern zu Hause seid, könnte das tatsächlich, wenn ja jetzt auch diese ganzen längeren verregneten Wochenende und so weiter kommen, könnte das eine gute Alternative sein, macht großen Spaß. Welche Altersklasse denn ungefähr, was meinst du? Acht, neun, fangen welche an, das dann geht dann so, die Kinderklasse geht so bis elf, zwölf, und dann fangen sie halt mit Jugendlichen an, und da sind halt die Geschichten dann auch nochmal so ein bisschen anders da. Ist dann quasi so ein Stück weit gestaffelt und dann auch, je nachdem wie schwer die Rätsel sind, ähm, ich sag's direkt dazu, man muss teilweise auch in der Lage sein, so ein Buch auseinanderschneiden zu können. Also wer nicht damit leben kann, Bücher auseinanderzuschneiden, der tut sich da teilweise ein bisschen schwer mit. Das ist das Gleiche bei diesen Escape Games, die es im normalen, äh, äh, das Brettspielformat gibt. Ja. Da bin ich dran gescheitert, steht hinten drauf auch, ne, dauert 60 bis 90 Minuten, nach drei Stunden hatte ich den Scheiß immer noch nicht gelöst. Da hat mich wie der dümmste Mensch auf Erden gefühlt. Deswegen war ich gerade, als der Dennis ausgeführt hat und gesagt hat, ah ja, hier, cooles Escape Game, 60 Minuten, dann hatte ich mir, super, sitze ich wieder drei Stunden vor und weiß immer noch nichts. Das ist, das ist wie so ein Monopoly-Spiel, wo du denkst so, komm, wir spielen mal eine Stunde Monopoly und am Ende sitzt du drei Tage da und hast immer noch keinen, der gewonnen hat. Ja. Kennen wir. Ja, aber da ist es ja Glück und Pech, ne, hier hast du ein Spiel, was dir vor Augen führt, dass du dumm bist. Kann ich ja gar nicht leiden, so was. Jut, dann haben wir hier aber wieder Empfehlungen rausgehauen, noch und nöcher. Ihr findet alle Links da draußen, meine Damen und Herren, unter eintracht-podcast.de. Da findet ihr auch nochmal diese wunderbare Support-Seite, die wir eingangs schon erwähnt haben. Ja, und dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, als euch eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Wochenende, wie gesagt, erst, Erstliga-Konferenz, Abstiegskampf gucken, dann Sonntag, Zweitliga-Konferenz, Aufstiegskampf gucken und dann werden wir uns nächste Woche irgendwie wieder mit Fußball und Eintracht und sonst wo auseinandersetzen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Habt Spaß. Macht's gut. Bis dahin wünschen wir euch. Hey, 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 Es kann auf ein Boot. Hey, Hey, Es kann auf ein Boot. Hey, 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 Es kann auf ein Boot. Hey, 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 Es kann auf ein Boot. Es kann auf ein Boot. Vielen Dank.